Wer ist zum ersten Mal da? Blockchain Hub Graz Mittlerweile gibt es noch schon eine Zeitung Die ersten Mittups waren so kurz vor dem Sommer 2016 Gestartet hat das mit dem, dass ich die Sherwin kontaktiert habe Die hat gerade in Berlin bis ins Leben gerufen Die drei haben eben das Blockchain Hub Netzwerk ins Leben gerufen Mittlerweile ist das gewachsen Und jetzt haben wir das nächste Treffen, wo wir weiterentwickeln Im Prinzip das Blockchain Hub Netzwerk Ist quasi Non-Profit Das was wir da tun Ist einfach erläutern Wie jetzt Blockchain funktioniert Das wird immer schwieriger Weil im Endeffekt sich mehr und mehr Leute dafür interessieren Am Anfang haben wir immer noch erklärt Wie funktioniert mit Blockchain Aber jeder der was nicht zum ersten Mal in so einem Meetup ist Oder jeder der was sich erst frisch damit beschäftigt Ist da nicht das Gelangweite oder so Von der Thematik oder so Deswegen versuche ich es zu erklären Deswegen, die setzen auch neu Da ist es jetzt ein Techn-Meetup Während es quasi Business-Meetups geben wird Und das nächste ist eh schon ausgeschrieben Für den 15. März Das heißt bei den Business-Meetups Dort werden wir jetzt dann eher Und wo gibt sich dort zum Investieren Oder wie funktionierende Blockchain geben Und bei den Tech-Meetups werden sich das Wie funktionierende Blockchain Auch versporen Und werden weit darüber reden Und jeder der die Erklärung hat Ich bin froh, dass wir wieder ein bisschen zurückkehren Zu dem was wir eigentlich schon am Anfang sehr intensiv gemacht haben Das haben wir durch jedes einzelne System durchgegangen Da haben sie Ripple angehört, Monero angehört Und 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 Also wirklich viele verschiedene Viele verschiedene Blockchains durchgesprochen Und da ein bisschen mehr im Detail besprochen Und in die Richtung soll es wieder mehr geben Mehr technologielastig Und wirklich mehr verstehen Wie eigentlich Systeme sind So Wie schaut es aus quasi im Netzwerk Ich habe da jetzt wiederum nur drauf geschaut Wie sie sich bei uns entwickelt hat Letztes Mal habe ich aktualisiert für alle Wo wir uns bewegen Also wir haben jetzt die 400 Blockchainers in Graz überschritten Ich glaube, wir sind immer noch hinten hinter JavaScript Aber sonst glaube ich Von der Meetup-Größe her Oder so ist nichts bei uns in Graz Logischerweise, wer jetzt mit großen Meetups gehen möchte Der muss ja nach Wien fahren Also da sind Hubb-Anmeldungen Oder 150 oder 200 Oder sozusagen eine Seltenheit Da hat man aber dann nicht diese schöne private Atmosphäre Wer sich wirklich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt Wer sich wirklich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt Wir haben 2016 für die Wirtschaftskammer 5 bis 6 Seiten geschrieben Was ist quasi Blockchain-Technologie Ich hoffe es ist nicht mehr ausreichend aktuell Wer irgendwie das lest Und sagt Hey, dann möchte ich ein Update machen Bitte auf mich zukommen Ist natürlich jetzt In so einer dynamischen Ecke oder so ist das Man kann fast nicht aktuell bleiben Es ist absichtlich so geschrieben Dass es doch eben für ein bisschen eine längere Zeit Bestand haben sollte Es gibt auch einen YouTube-Kanal Dort werden die Videos Die, was quasi heute wieder aufzeichnet wird Werden dann hochgeladen Das heißt alle, die keine Zeit gehabt haben Können dort entsprechend nachschauen Es sind verschiedene Sachen drin Seit 2016 haben wir auch unseren Blockchain-Starbub-Contest Wo irgendwie der Max irgendwie so lange drauf ist Ghabt Was aus meiner Sicht heute immer noch recht spannend ist Weil wir damals Also Startups hoch Oder gezeigt haben, was es gibt Was jetzt irgendwie ziemlich die Größen sind In der Blockchain-Szene Der Status hat 100 Millionen Euro eingesammelt Bei ihren ICO Ether-Risk Bin ich schon gespannt Sollten die irgendwie Geld einsammeln Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die irgendwie in kürzester Zeit Sehr viel Geld einsammeln können Also das waren die zwei Gewinner Die, die dann von Bankvertretern Oder so die Crypto-Coins Die Beta und die Bitcoins Entsprechend überwiesen kriegen haben Das war Das war Das ist jetzt noch oben Ich weiß natürlich, dass das schon passiert ist Dann auch die Folien Landen immer auf SlideShare Da sind von den vergangenen Meetups die Folien-Sätze zu finden Und Ja Dann kommen wir eh schon zu dem über was wir heute reden Das ist Meetup Nummer 17 Wir hören heute von Daniel Zum Thema Lightning Network Und Hinten nach Werden wir noch kurz in Richtung Topic Search gehen Ja, das heißt Ich möchte ganz gerne von euch irgendwie dann wissen Was im Tech und im Business-Bereich irgendwie für euch spannend wird Oder wenn wir einfach ein bisschen was niederschreiben Und dann gibt's wieder klassisches Networking Und Bier und ja frisch einkaufen Also im Prinzip ist alles da Ja, da würde ich dann sehen Wie lange heute im Verhalten gehen Bevor wir jetzt noch kurz auf den Talk von Daniel einsteigen Ganz kurz Wir haben Wir haben Letten Collective Also da sind alle viele Leute da Da haben wir zum Letten Collective gehört Arbeiten Arbeiten wir dann an einer eigenen Blockchain Hoffentlich sind natürlich immer interessiert An möglichen Entwicklern Die sind ja deswegen interessiert Und Was auf uns zu tun Und Der Rainer möchte Hase auch ganz kurz sagen Wer sucht auch Blockchain-Entwickler Ich würde einfach bitten Dass du kurz sagst Wie du suchst Wir suchen zwei Entwickler Fulltime In Gleisdorf Die Interesse haben wir Blockchain entwickelt Also wir müssen nicht Hardcore-Blockchain-Entwickler sein Wir legen uns unterwegs Ja, Hase Wer ist hier? Wie sind dein Start-up Die Fakturo Wir haben eine Lösung Um die elektronische Rechnung auszutauschen Also einfach auf dem Rainer zugehen Wer mehr über die Fakturo wissen möchte Recht eine spannende Idee aus meiner Sicht Aber ich gerne Was in Sicherungen dann zu tun Da wollen wir hin Zwei Fulltime-Jobs, ja? Ja So, gut Dann Wir gehen schon wieder auf zum Reden Und über die vielen Daten Danke 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 Ja Also, damals habe ich stattfinden mit der Daniel Daniel Weyling Ich arbeite bei Coinfinity Das ist ein Grazer-Poblick, der sich viel mit dem Thema Mietkönnen und Kryptowährung im Allgemeinen beschäftigt Es sind auch viele Fragen, die ich jetzt da finde. Der Max ist auch immer da. Das ist unser Chef. Der hat mir in den letzten Wochen ein paar Mal einiges an Zeit zur Verfügung gestellt, dass ich mich mit dem Lightning-Netzwerk auseinandersetze. Da haben wir ein paar Experimente damit gemacht. Und die ganzen Infos, die ich da für uns zusammengesammelt habe, möchte ich euch jetzt weitergeben versuchen. Es ist ein sehr breites Thema, um die wir nicht an jedem Punkt komplett ins Detail gehen können. Aber ich werde versuchen, dass ich mal einen groben Überblick schaffe. Und ich werde dann auch auf ein paar Details eingehen. Das kann mir ein bisschen verlieren werden. Wenn ihr mich gefragt habt, meldet ihr euch zwischendrin oder macht euch Notiz und fragt mich nachher. Ich versuche auf jede Frage einzugehen. Ich werde mir auch bei jedem Detailpunkt nicht hundertprozentig hinaus können. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Als kurze Übersicht. Thomas hat schon gesagt, Blockchain braucht man nicht mehr behandeln. Kennt sich jeder perfekt aus. Die Bitcoin-Blockchain ist eine globale Datenbank. Sie ist zwar verteilt auf viele Nodes weltweit, aber das ist eigentlich eine Datenbank, wo jeder reinschreibt. Und jeder Teilnehmer für die Datenbank muss eigentlich jedes Datum, das da reingeschrieben wird, überprüfen oder mitlesen. Das bedeutet, damit neue Daten in die Datenbank übernommen werden, werden relativ hohe Fees anfallen, weil jeder reinschreiben will und jeder konkurriert miteinander. Und unter dem mit den höchsten Fees wird das Recht bekommen, dass er reinschreiben darf in die Blockchain. Durch das sind viele Sachen nicht möglich, wie zum Beispiel Mikrotransaktionen. Also es ist jetzt nicht für mich möglich, dass ich jetzt tausend Transaktionen pro Sekunde in diese globale Datenbank reinschreiben, weil ich das einfach nicht synchron halten kann, dass das Welt bei jeder gleichzeitig mitlesen kann. Das wäre vergleichbar, wie wenn man zur Zeit, wie das Internet eingeführt, oder ist vergleichbar, wie das Internet aufgekommen ist, hat man meistens für Firmen oder private Anländer, hat man Hubs benutzt, anstatt dass man Switches benutzt. Der Hub ist ein Netzwerkverteiler, wo, wenn ein Datenpaket reingeht, alle Ports rausgehen. Das heißt, jeder, der an dem Hub hängt, sieht alle Daten, die irgendwer im Netzwerk austauscht. Und Bitcoin ist vergleichbar, wie wenn man das Internet bauen möchte, und wir haben auch ein großes Hub irgendwo auf der Welt, und jeder steckt seinen Netzwerkstöpsel rein, und jeder Rechner sieht jeden Datentransfer, der im Internet oder in der Blockchain jetzt vorgeht. Da könnte man jetzt verschiedene mögliche Lösungen andenken, wie man das besser machen kann. Die einfache und naheliegende Lösung ist, wir lassen einfach die Datenbank schneller wachsen. Also die Datenbank ist einfach aus dem Grund limitiert, einfach nur so mehr oder weniger beliebige Zahlen. Man sagt einfach, es darf maximal 1 Megabyte pro 10 Minuten wachsen. Da könnte man sagen, wir lassen sie einfach schneller wachsen, dann werden wir mehr Daten reinbringen, das stimmt auch. Seht wie das zum Beispiel so eine Lösung, Bcash oder auch viele Altcoins, haben gesagt, okay, wir machen jetzt 8 Megabyte pro 10 Minuten oder andere Werte und wir werden schon damit zusammenkommen. Das wäre mit dem Vergleich vorhin, wenn wir ein Hub haben, das Worldwide ist, wir machen einfach mehr Ports und ein größeres Hub und die Sache hat sich. Eine zweite Lösung wäre, dass man die Transaktionsgröße in Byte einfach verkleinert. Also was ich in die Kopare-Datenbank reinschreiben will, sind grundsätzliche Transaktionen, was aussieht und schickt jetzt einen gewissen Wert von A nach B. Ich kann die Transaktion in verschiedenen Weisen darstellen und ich kann da vielleicht einiges an optimieren, wie die Transaktion datenmäßig darstellen kann. Das wäre zum Beispiel Batching, wo ich jetzt nicht, wenn ich eine Firma bin oder so, und pro Stunde 100 Transaktionen habe, dass ich nicht 100 Transaktionen mache, sondern eine Stunde lang warte und dann eine Transaktion macht, was an 100 Leute zahlt. Dann spare ich schon einiges an Daten. Schnorr und Mast ist eine Änderung, was noch in Zukunft kommen werden für die Bitcoin-Blockchain, was das noch einmal ein Stückchen verbessert, wie die Transaktionsgröße ist. Eine weitere Möglichkeit, was noch nicht wirklich benutzt ist, ich kann die globale Datenbank mal auf mehrere globale Datenbanken aufteilen und jeder User kann sich dann entscheiden, wie interessiert es zum Beispiel nur die eine globale Datenbank und alles andere ist mir eigentlich egal. Ist auch eine Lösung, aber es ist dann auch wieder aus User-Sicht komplizierter, wie mache ich das, wie entscheide ich mich für was für einen Teil der Blockchain mich interessieren. Und wenn ich es wirklich komplett trustless habe, muss ich auch wieder alle Daten verifizieren. Also ist eine gewisse Lösung, aber ist auch ein Teilmittel. Eine Lösung, was wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, einfach nur mehr hoch, also Transaktionen, die einen gewissen Preis überschreiten auf der Blockchain zu fahren, wo mir die Vieh wurscht ist. Also bei Bitcoin hat die Vieh zeitweise über 50 Euro oder sowas pro Transaktion, da will man keinen Kaffee kaufen, das ist oft das Beispiel. Wenn ich mir aber dann ein Auto damit kaufe, ist mir die 50 Euro für die Transaktionsgebühr egal. Das heißt, das wäre Lösung, ist aber eine Klasse, wenn es in die Richtung geht. Also Bitcoin wäre sicher super, wenn es auch für Kaffeetransaktionen oder halt für alltägliche Transaktionen benutztbar wäre. Und die letzte Lösung, was dann ans Lightning-Netzwerk repräsentiert ist, nicht jede Transaktion auf der Blockchain zu speichern. Vielleicht schaffen wir eine Möglichkeit, dass jetzt der untereinander Transaktionen austauschen kann, aber den nicht auf der globalen Datenbank speichern muss. Ich würde aber trotzdem die Garantien haben. Also das ist teilweise schon möglich. Ich könnte zum Beispiel bei Coinbase ein Konto machen, dann kann ich anderen Coinbase-Usern eine Bitcoin-Transaktion schicken oder einen Bitcoin-Wert schicken, ohne dass ich auf der Blockchain mal schreiben muss, weil ich einfach Coinbase interne SQL-Datenbank habe und zwar zählaustauscht sozusagen. Aber da muss ich einem eine dritte Partei vertrauen. Das wäre natürlich klasse, wenn wir das irgendwie schaffen, dass wir das dezentral so lösen können, dass ich nicht einer Partei vertrauen muss. Ein Ansatz dafür wäre Lightning. Das ist eine Möglichkeit, an der jetzt schon länger gearbeitet wird. Das wird wahrscheinlich andere Möglichkeiten auch noch geben. Das wird jetzt nicht das Heilmittel sein, was alles abdeckt, aber es ist eine gewisse Möglichkeit, was ein bisschen was erlauben wird. Und das kann man als zweites Layer über der Blockchain sehen. Gleich wie bei Internet. Sie haben auch Layer gebildet, da habe ich das untere Layer, wo die CBIP ist. Und dann haben sie höherwertige Layers darüber gebildet, wie HTTP, und irgendwann ist auf Facebook drauf gelaufen, sozusagen. Das sind die Schichten, die sich das kapselt. Kann man jetzt das Lightning-Netzwerk vielleicht als Layer 2 von Bitcoin sehen. Und das besteht aus zwei Komponenten. Die eine Komponente wären Payment-Channels. Der Payment-Channel, die Technologie dahinter gibt es eigentlich schon relativ lang. Es hat vor drei, vier Jahren schon ein Bitcoin-Gemo gegeben, wo einer einen Payment-Channel zwischen seinem Auto und einer Tankstelle gemacht hat. Und wenn er tankt hat, hat sein Auto sozusagen pro Milliliter einen gewissen Wert an die Zapfsäule übermittelt. Und wenn irgendeiner für die zwei Flüsse Benzin oder Bitcoin in die Richtung abgebrochen ist, hat die andere Partei auch aufgehört. Das heißt, das ist ein Channel, den ich zuerst mal auf der Blockchain aufmachen muss. Aber dann kann ich unendlich viele Transaktionen innerhalb dieses Channels fahren, ohne dass ich jetzt eine Blockchain-Transaktion mache. Das funktioniert aber nur zwischen zwei Parteien. Das kann Sinn machen, aber wie man sieht, die Technologie gibt es schon länger, aber sie wird nicht wirklich benutzt. Weil es einfach selten den Sinn macht, dass ich jetzt da zwischen zwei Parteien oft einfach hin- und herschicke, sondern eher irgendwo einmal irgendwas schicke, dann irgendwo schicke und dann irgendwen anders was schicke. Jetzt müsste ich zu jedem einen Payment-Channel aufmachen, dann sind das auch wieder gleich viele Transaktionen und man hat auch eine wirkliche Sprung. Wo jetzt sozusagen die Neuerung vom Lightning-Netzwerk ist, man hat eine Möglichkeit gefunden, wie man mehrere Payment-Channel hintereinander verketten kann und Trustless eine Zahlung drüberrunden kann über mehrere Payment-Channels. Das heißt, man kann aus mehreren Payment-Channels bestehenden Netzwerk bilden und das Netzwerk ist dann das Lightning-Netzwerk. Das heißt, ich werde jetzt die zwei Komponenten vom Lightning-Netzwerk ein bisschen untersuchen. Das wären die ersten, die gesagt haben, Payment-Channel und nachher schauen wir uns dann, wie man über mehrere Channels drüberrunden kann. Payment-Channel schaut so aus, dass sich zwei Parteien, das kann eine Firma und eine Privatperson, oder wie immer, das ist komplett egal sein, sich dazu entscheiden, dass sie einen Channel machen wollen, weil sie vielleicht in Zukunft mehrere Transaktionen austauschen wollen. Sobald der On-Channel erzeugt worden ist, können sie über irgendeine Datenübertragung, über Internet oder wie auch immer, vorsignierte Bitcoin-Transaktionen austauschen, die Geld aus diesem Channel ausgeben würden, sodass der aktuellen Balance des Channels entspricht. Das werden wir uns noch ein bisschen genau anschauen, dass sie jetzt verlieren. Aber sie broadcasten diese Transaktionen nicht. Das heißt, jeder hat die Transaktion, dass er den Channel schließen könnte. Sollte die andere Partei aus dem Grund auch verschwinden oder irgendwas betrügen wollen, kann jeder Teilnehmer für sich die Transaktion broadcasten und die Bestätigung auf der Broadchain. Aber man muss nicht. Das heißt, ich kann jetzt tausende Transaktionen innerhalb von dem Channel ausführen und erst wenn beide sagen, okay, mir reicht es, dann schließt man den Channel. Dann ist das wieder eine echte Bitcoin-Transaktion. Eine Bitcoin-Transaktion, die auf der Blockchain aufschlägt. Was man da braucht und was das Ganze ein bisschen kompliziert macht, ist, man braucht Methoden, die man eben Sonderfälle behandeln kann. Das heißt, wenn ich jetzt mit irgendeinem Payment-Channel aufbaue, weiß ich, wenn der nicht mit mir kooperiert, wenn der verschwimmt, wenn sein Internet abbricht oder sonst irgendwas, muss ich mein Geld aus dem Channel raushauen können. Am besten, oder am besten natürlich, nur so in dem Zustand, wie der Channel sich jetzt gerade befindet. Da werden wir jetzt ein bisschen drauf eingehen. Da ist etwas kompliziert jetzt. Okay, wir haben wieder die üblichen Verdächtigen, Alice und Bob. Alice und beide entschließen sich, dass Zwischeninnern und Payment-Channel aufbauen, weil der maximal eine Kapazität von einem Bitcoin hat. Das muss man sich vorher entscheiden. Das ist ein bisschen Limitierung, was das Ganze kompliziert macht. Schauen wir mal. Das heißt, sie bauen eine Transaktion, das eine Multi-SIG-Adresse entspricht, wo eine Unterschrift von beiden notwendig ist, damit man von dieser Adresse wieder etwas ausgehen kann. Das ist eine 2 von 2 Multi-SIG. Das ist eine Technologie, die es schon lange gibt, aber ja, nachdem halt sollten benutzt wird. Aber gleichzeitig, wie sich die Transaktion eigentlich in der Blockchain, oder bevor sie sie eigentlich broadcasten, tauschen sie ja über einen Side-Channel eine Transaktion aus, die sagt, wenn diese Transaktion bestätigt auf der Blockchain, gibt es eine Transaktion, die der Alice einen Bitcoin schickt, und den Bob null Bitcoin schickt. Das ist der aktuelle Zustand des Channels. Denn die Transaktionen speichern sie beide, broadcasten sie auch nicht. Mit dieser Transaktion hat aber die Alice die Garantie, sollte, also wenn sie den Channel jetzt aufmacht, und sollte der Bob verschwinden, kann sie ihr Geld wieder rausholen aus dem Channel, ohne dass der Bob kooperieren muss. Wenn jetzt der Alice sie entscheidet, dass sie in der Grund möchte, 0,4 Bitcoin an Bob zahlen, tauschen sie einfach wieder zwei vorsignierte Transaktionen aus, die sagen, zahl 0,6 Bitcoin an Alice und zahl 0,4 an Bob. Bob schaut sich die Transaktion an, sieht, okay, es gibt auch viele, viele Funding-Transaktionen, was diese Transaktion ermöglichen würde. Das heißt, er ist zufrieden, er kann sie an seinen internen Zähler updaten und die Alice tut ihren Zähler runterzahlen und das ist die neue Balance des Channels. Alice kein 0,6, Bob kein 0,4. Aber sie haben sich nur die Transaktion ausgedacht. Bei der Blockchain ist nichts passiert. Jetzt kann sie Bob dazu entscheiden, okay, jetzt irgendwann möchte ich der Alice wieder 0,2 zurückzahlen. Das heißt, der Zähler von Bob geht runter, der Zähler von Alice geht rauf, sie tauschen sie eine Transaktion aus, was sagt zahl 0,8 an Alice, 0,2 an Bob. Und die Sache ist wieder gegessen sozusagen. Jeder hat zu jedem Zeitpunkt die Transaktion, die diesen Zustand eben auf der Blockchain durchführen würde. Aber sie broadcasten sie nicht. Und das ermöglicht, dass ich jetzt tausende Transaktionen zwischen diesen zwei ausführe, ohne dass ich jetzt eine zusätzliche Transaktion brauche. Aber wie gesagt, nur zwischen zwei Parteien und das gibt es auch schon relativ lange. Das ist dann zum Beispiel der Endzustand, der 0,1,2,3 und 8,7,7. Und sie sagen, okay, uns reicht jetzt, wir werden wahrscheinlich nichts mehr in Zukunft miteinander zu tun haben. Dann können sie eine Closing-Transaktion machen. Aus Sicht der Blockchain ist es einfach eine ganz normale Transaktion, was vor irgendeiner anderen Transaktion, was irgendwann ganz in der frühen Zeit mal passiert ist, Bitcoins ausgibt in diesem Format. Also, es ist auch Alice so viel, es ist auch Bob so viel. Die Blockchain hat nichts davon begriffen, dass da eine tausende Transaktion dahinter waren. Das ist mal der Fall, wenn alles gut hinhaut. Wenn Doga vielleicht aufgepasst hat, es gibt den Zustand, wenn wir uns bei der Transaktion 3 befinden, wo die Alice 0,8 bekommt und der Bob 0,2. Ich kann sich an der Bob denken. Es gibt eigentlich die Transaktion 2. Wenn Alice jetzt mein Channel zu macht, bekomme die Alice 0,8 und ich 0,2. Wenn ich aber die Transaktion 2 vorher broadcaste, bekomme ich 0,4. Das heißt, ich bekomme eigentlich doppelt so viel, was mir jetzt zusteht. Das heißt, ich könnte Alice betrügen. Und das sind eben Dinge, was man verhindern muss, ohne dass ich jetzt auf den Bob vertrauen muss, dass er mit mir mitspielt. Das ist so gelöst. Da werde ich etwas verheimlicht. Die Transaktion ist nicht so simpel, wie sie da steht, sondern die schaut in Wahrheit so aus. Also jede Transaktion für sich. Im Fall der Transaktion 2 schaut das so aus. Es gibt einen Bitcoin. Das ist die Fund Intrinsicum, die man vorher gesehen hat. Der ist mal vorsigniert von der Alice. Das heißt, der Bob kann selber seine Signatur dahinter hängen. Der kann selber berechnen, wenn er sie brauchen würde. Die zahlt 0,6 an Alice und 0,4 an Bob. Aber er muss 100 Blöcke warten. Oder die 0,4 gängen an Alice, wenn Alice ein Secret B2 präsentieren kann. Zum Zeitpunkt, wo nur Transaktion 2 existiert, weiß Alice Secret B2 noch nicht. Das heißt, Alice kann Bob nicht betrügen. Wenn, und für die Alice schaut das Ganze gleich aus, nur gespiegelt. Das heißt, so schaut jede Transaktion für sich aus. Wenn jetzt der Übergang von Transaktion 2 auf Transaktion 3 stattfindet, wird die Alice die Transaktion 3 nur akzeptieren und voraussignieren, wenn Bob ihr ein gültiges Secret B2 präsentiert und umkehrt genauso. Also die Alice muss an Bob ein Secret A2 präsentieren. Das ist sozusagen ein Geheimnis, das jeweils den anderen ermöglicht, ihn gegen zu betrügen, sollte er betrügen zu versuchen. Also wenn jetzt der Bob zum Zustand 3 versuchen würde, die Transaktion 2 zu broadcasten, sieht Alice, der auf der Blockchain hat 100 Blöcke Zeit und kann die Gegentransaktion broadcasten, die viel schneller bestätigen wird als seine, und sie bekommt alles. Das heißt, versucht Bob sie zu betrügen, kann Alice von Bob alles wegnehmen. Das heißt, der Bob hat ein sehr hohes Incentive, sie nicht zu betrügen. Und weiß versus. Das heißt, einfach mit so Incentives-Modellen ist das ermöglicht, dass ich vergangene Transaktionen nicht auf der Blockchain broadcasten kann. Und das ermöglicht beiden für sich zu vertrauen, dass nur der letzte richtige Zustand des Channels broadcastet werden kann. Der Nachteil davon ist, beide müssen immer aktiv die Bitcoin-Blockchain überwachen. Sollte Alice jetzt da offline gehen und Bob broadcastet diese Transaktion, hat er 100 Blöcke Zeit, dann würde er Alice betrügen können. Er kann es aber nicht wissen, weil es könnte sein, dass Alice irgendwo vielleicht dann doch online geht und dann nimmt sie ihrem alles weg. Das heißt, das ist ein sehr hohes Gamble, was beide miteinander führen müssen. Und vor allem wird es auch Services geben oder gibt es teilweise schon, der heißt Watchtower, wo ich eine vorsignierte Bestraft-Transaktion dem Watchtower übergeben kann. Und der Watchtower sieht eigentlich nur die Transaktions-ID. Und Alice kann sagen, solltest du jemals die Transaktions-ID sehen für die Transaktion aus. Und der Watchtower weiß eigentlich überhaupt nichts über die Parteien, er weiß nicht einmal die aktuellen Channel-States. Aber nur wenn er die sieht, kann er die ausführen und ja, hilft Alice sozusagen, dass sie die Gegentransaktion ausführt, ohne dass sie online ist. Auch komplett in einer trustless meiner. Das heißt... Darf ich kurz zwischenfragen? Gerne. Was deckt der Watchtower dann natürlich? Er kann zum Beispiel verlangen, dass er vorher bezahlt wird über den Lightning-Channel für Satoshi oder so. Oder sogar 0,5 Satoshi. Das heißt, ich möchte auch sagen. Das heißt, ich muss dann vorher den Watchtower gleichzeitig, wenn ich ihm die Transaktion schicke, eine kleine Menge per Lightning schicke und dann die Zert aufgenommen. 0,5 Satoshi? Genau. Wer... Nein, kommt mir nicht vor. Aber in Lightning ist möglich... Also die Basis der Einheit von Lightning ist wie die Satoshi. Das heißt 1000 Satoshi. Und das ermöglicht auch wieder durch probabilistische Verträge, dass man sogar Sub-Satoshi-Verträge austauschen kann. Ist momentan aber nicht komplett implementiert oder zumindest diesmal vorgesehen. Das war jetzt mal Wayment-Channel. Es fehlen ein paar Details. Aber das ist mal sozusagen im groben ganzen Spielregelsatz, wie Sie zwei nicht vertrauende Parteien am Wayment-Channel aufbauen können, so dass Sie jetzt eine gewisse Menge Bitcoins hin- und herschicken können. Aber Sie müssen sich vorher halt über eine gewisse Kapazität einlegen. Den kann man nicht in Betrieb erhöhen. Ja? Bei diesem Watchtower, wie funktioniert das, dass der oder heißt, dass das auch nicht die letzte Transaktion ist, sondern die vorletzte oder zumindest die letzte? Das muss er nicht wissen. Also ich will immer die aktuellste schicken. Ja, du musst immer die aktuellste schicken. Aber er könnte theoretisch auch äußern, weil ich steige in... Also die Alice wird in beiden Fällen so ausstellen, dass sie alles bekommt, wenn sie wegkommt. Das ist klar. Aber du musst immer noch auf den Internet schicken. Genau. Das macht einiges ein bisschen komplizierter. Man kann jetzt nicht Backup machen, weil ich einmal eine 12-Wertig war Backupe, sondern ich muss immer live vom System eigentlich ein Backup machen, weil ich immer die... Also die Alice kriege von Bob immer die Gegentransaktion, und die muss ich wirklich im Backup bauen. Die kann ich jetzt nicht deterministisch irgendwie vorgenerieren. Das heißt, die Backup-Strategie wird bei Leitungen interessanter. Ja. Ja? Wann sind multiple Watchtower, oder wenn man weiß, dass an denen die Ausangriffe von Watchtower gestartet wird, könnte wahrscheinlich bald was Böses passieren am Leitungenentag. Wie? Wenn? Wenn der Watchtower angegriffen wird, und dann wird die Ausstattung... Ich kann das auf tausende verschiedene verteilen. Wie kann man die Kosten steigern? Ja. Es werden dann verschwindende kleine Kosten sein, und da muss ich es halt abbiegen, wie viel mehr das Wert ist. Aber der Watchtower ist eigentlich nur ein optionales Ding. Also wenn ich weiß, dass ich ja meistens online bin, also ich habe so 100 Blöcke, ich weiß jetzt gar nicht, ob die... Das kann man sich, glaube ich, auch in der Channel-Erzeugung ausmachen, wie viele Blöcke die Sperrfrist ist. Ja. Und dann muss ich jetzt schauen, dass ich ja mindestens einmal kurz online bin in der Zeit. Dann brauche ich die Watchtower. Stimmt. Das ist nur so, dass ich sage, als Backup. Was ist erwartet also, Best Practice von der Lebensdauer für so einen Channel? Das ist etwas Interessantes, ja. Im Idealfall sehr lang, aber was sehr lang ist, weiß man nicht. Aber wir werden später noch sehen, dass es durchaus sein kann, dass man sich sehr, sehr lange offen halten kann. Da werden wir noch drauf eingehen. Aber eigentlich, sobald ich drei Transaktionen über den Channel aus der Job, habe ich schon gewonnen. Weil ich brauche zwei Transaktionen für den Channel, und ab der dritten Transaktion habe ich gewonnen. Und tendenziell werden wir wahrscheinlich 1.000 bis 10.000. Der zweite Teil. Der baut jetzt also auf Payment Channels auf. Und wie kann man das jetzt besser machen? Also ich kann jetzt mehrere Payment Channels so verbinden, dass in einem Trustless über mehrere Channels Payments drüber ruten kann. Weil erst dann wird es sinnvoll, weil wir, wie gesagt, zu jedem ein Damage in Lauf haben wollen. Und dafür ist das Stichwort die Hash-Time-Log-Contracts, die ermöglichen, dass der Sender und der Empfänger ein Geheimnis austauschen, und das ermöglichen, dass ich zuerst mal die ganze Transaktion durchruten kann, ohne dass mittlere Parteien jetzt mit Geld abhaben können. Das wird jetzt drauf eingehen, wie das ausschaut. Jetzt sind ein paar mehr dazu gekommen, nicht nur Alice und Bob. Jetzt haben wir Alice und Dave. Dave will aus irgendeinem Grund 0,1 Bitcoin von Alice, aber er hat eben keinen direkten Channel. Damit man jetzt über mehrere drüber ruten kann und die Hash-Time-Log-Contracts ausführen kann, das schaut dann wie folgt das, also Dave überlegt sich einfach eine Zufallszahl und generiert von der Zufallszahl den Hash. Den Hash H schickt er dann Alice. Das heißt, Alice weiß, dass Dave irgendein Geheimnis weiß, Alice weiß es nicht, aber sie weiß ein Hash davon. Und im Bitcoin-Netzwerk kann man Transaktionen so formulieren, dass die Transaktion nur gültig ist, wenn irgendwer ein Geheimnis präsentieren kann, das in diese Richtung hasht. Also ich sage, die Transaktion ist nur gültig, wenn jemand das Geheimnis R präsentieren kann, dass wenn man den Hash anwendet, H herauskommt. Das heißt, Alice muss jetzt mit ihrer Lightning-Node eine Route zu Dave suchen. Die findet sie über Bob und Carol. Sie weiß, Bob ist ihre erste Ansprechperson und da macht sie mittels einem Lightning-Netzwerk mit Bob aus, Hey Bob, ich schicke dir 0,1 Bitcoin, wenn du mir ein R präsentieren kannst, das wenn man das hasht, H herauskommt. Sagt Bob, ja super, aber mit der Randbedienung bitte schick 0,1 an Carol. Auch wieder mit dem selben R. Das heißt, Bob, okay, er wird nichts klingen, aber wird auch nichts verlieren. Man kann dann später natürlich wenn da Fees einfließen, das ist jetzt nur der Einfachheit, mal weglassen. Also in Wahrheit wird er 0,99999 weiterschicken und das macht man sich zuerst aus, was die Fees sind. Das heißt, Alice schickt die vorsignierte Transaktion wieder nur vorsigniert und nicht auf der Blockchain an Bob über ihren Channel. Bob macht jetzt das Gleiche. Also er kann jetzt, wenn er auf dem Punkt jetzt obhauen würde, kann er nichts tun, weil er kann die Bitcoin-Transaktion nicht einlösen, weil er kein R weiß, das Richtung H hasht. Jetzt macht er sich mit der Carol aus, Hey Carol, die zahlt auch 0,1 Bitcoin. Wenn du mir ein R präsentieren kannst, das mal auf Richtung, das gehasht R, das gehasht H ergibt, macht er natürlich auch, das macht er sich mit Carol aus. Carol macht das Gleiche mit Dave aus. Dave sieht jetzt eine Transaktion von der Carol, wo er 0,1 Bitcoin gibt. Das ist genau das, was er wollte, dass das jetzt nicht für Alice kommt, ist ihm eigentlich egal, er will nur 0,1 Bitcoin. Aber er kann es nur einlösen, wenn er R präsentiert. Das heißt, er wird jetzt R per Carol präsentieren, durch das kann er seine Transaktion einlösen. Jetzt ist Carol 0,1 Bitcoin losgeworden, kann aber Dave Bitcoins sozusagen erst einlösen, wenn sich Bob das R präsentiert. Und so propagiert das R sozusagen über den Channel zurück. und Alice kann sich das eher als Beweis aufholen, dass sie Dave die Zahlung durchgeführt hat. Und das ist dann auch wieder mit den Payment-Channels so gemacht, dass es keinen Zeitpunkt gibt, wo jetzt irgendwer die Verbindung abbrechen könnte und damit Geld abhauen kann. weil er erst, also weil er das ganze atomar macht. Das heißt, erst wenn wirklich alles durchgerotet ist, wird jeder das R sehen. Die Transaktion selber ist auch so gemacht, dass wenn die Transaktion, wenn der Channel geschlossen werden muss, weil er nicht kooperativ ist, muss in der Bitcoin-Transaktion das R im Plaintext präsentiert werden. Das heißt, sollte, was wäre das dann für ein Fall? Genau. Sollte Dave die Transaktion einlösen wollen, ohne dass er es R präsentiert, also ohne dass er es Karel direkt schickt, muss er die Bitcoin-Transaktion auf der Blockchain machen. Und damit der Dave auf der Blockchain machen kann, muss er es R präsentieren. Das heißt, jeder, was jetzt die Blockchain sieht, wird es einfach auf der Blockchain lesen können und sollte Dave das jetzt über den normalen Transaktionskanal machen. Und das heißt, dann würde jeder seinen Channel zwar schließen auf der Blockchain, es würde zu wirklichen Bitcoin-Transaktionen führen und ein bisschen Miner auf die anfallen. Aber es kann jeder seine Guthaben wieder aus dem Channel auswählen, ohne dass jetzt das unterbrochen wird. Aber im Idealfall tauscht jeder das R aus. Okay, siehe das Barstool, es wird jeder seine Balances abdecken und es wird keine Transaktion durchgeführt. Eine Frage, musst du in dem Spiel, wenn du jetzt von 0,1 von Alice zu Dave schickst, musst du jeder dazwischen Bob und Carol auch 0,1 initial hauen oder nicht? Da können wir jetzt die ganzen Randbedingungen sehr kompliziert machen. Das werden wir kurz später noch sagen. Das heißt, jeder Channel muss mal mindestens die Kapazität von 0,1 haben und er muss in einem Zustand sein, wo Alice Bob 0,1 schicken kann. Weil es könnte sein, dass zum Beispiel in dem Channel jetzt die Balance komplett auf der Seite verbotgt liegt. Dann kann Alice ihm nichts mehr schicken, weil ihm gehört schon alles in dem Channel. Dann ist die Route nicht möglich. Dann muss man schauen, ob es irgendeine andere Route gibt oder man muss eine neue Route direkt zum Beispiel aufbauen. Das vor allem einzuschätzen ist relativ schwer, weil die Kapazitäten und die Balances der Channel eigentlich privat sind. Also die werden die Jodes nicht broadcasten. Ich weiß nur, die Balances für den Channel, wo es dir irgendeine andere anbauen kann. Aber weiter nicht. Das heißt, auch wenn ich jetzt eine Route probiere, werde ich zwar eine Route sehen, aber ich weiß jetzt nicht wirklich, ob die Balance das ermöglichen wird. Das heißt, ich muss mal versuchen. Wenn die Transaktion durchgeht, hat es halt hingehört, sonst muss ich mal einen anderen Weg suchen. Was da jetzt auch das Coole ist, die durchgehenden Transaktionen hängen kryptographisch oder blockchain-technisch eigentlich nicht zusammen. Das heißt, das sind eigentlich immer nur Kontrakts zwischen die zwei Parteien, was aussah und gibt mir irgendwas im Wert von 0,1 Bitcoin, dann gehe ich wieder ein R. Das ist dann sozusagen ein Zertausch. Jetzt kann sich Bob und Carol genauso überlegen, okay, ich habe da einen Litecoin-Channel oder einen Ether-Channel oder sonst irgendwas. Nein, Ether ist schwierigerweise, aber da haben wir einen Litecoin-Channel offen. Und Alice und Dave kriegen das gar nicht mit. Das heißt, es könnte sein, dass ich da zum Beispiel mit Bitcoin-Route, da mit Litecoin-Route und Dave kriege wieder Bitcoin, weil Carol und Litecoin unter Bitcoin. Das sind zwei Hubs, wo wir immer die Dinge heißen könnten, untereinander mit einer anderen Währung. Genau. Und das könnte dann zum Beispiel so ausschauen, dass Bob, also das ist ein Litecoin-Channel und das ist ein Bitcoin-Channel, und ich kann über Bob eine Shape-Shift machen, ohne dass ich eine zentralisierte Partei vertraue. Das heißt, ich schicke ihm Litecoin, er schickt mir Bitcoin, und ich habe Erdmann getauscht. Können Alice und Dave auch eine Seite Bitcoin und die andere Seite Litecoin-Channel? Das kann sein, dass sie das untereinander gar nicht wissen. Also sie machen sich vielleicht nur irgendeinen Preis aus, wo er aber... Ja, keine Ahnung. Aber wo ist der Wechselkurs? Wer definiert den Wechselkurs? Das müssen sie untereinander einigen. Das heißt, was der Dave kriegt, muss die Alice wissen erstellen, weil sie sie auch auf einen Kurs einigen müssen. Aber was dazwischen passiert ist, müssen sie unterm Stand gar nicht wissen. Wenn jede Partei mit dem Kurs zufrieden ist, fahre jeder jeweils gegenüber Seite, können sie das unter anderem mit anderen. Die können halt eine Vier-Transaktion machen und erst eher dagegen tauschen. Und wir würden es nicht wissen. Ist es nicht egal, wenn ich den Channel aufmache, muss ich sowieso schon festlegen, wie viel von was ich komme möchte? Genau. Also wenn ich den Channel mache, dann ist das definitiv ein Litecoin-Channel über 10 Litecoins. Das ist ein Bitcoin-Channel über 1 Bitcoin. Das ist im Moment das Gründen des Channels. Aber wenn ich als Alice da drüber route, kann es sein, dass ich das nicht mitbekomme, dass der Bob zu Carol mit Litecoin geroutet hat. Und der Bob dafür halt... Eben, aber dann sind halt so Möglichkeiten wie Atomic Swaps möglich, weil der Tausch immer nur durchgeführt wird, wenn beide Seiten zufrieden sind. Und mit dem machen sie das jetzt aus? Und aber die Transaktion findet dann statt, wenn die Channels geschlossen werden, dann könnten die Kurse ganz anders sein. Nein. Also sie verändern die Zähler ihres Ballets, also die Balance des Channels in dem Moment. Und jeder ist zwingend. Die Transaktion, die eben kommt, die Closing, das ist ja nur eine der Inhalt, der bei allen historischen Parzerkonten, sondern du schließt den Channel zur aktuellen Balance. Dass da jetzt irgendwelche Altcoin-Plates stattfinden haben, das ist ja auch wurscht. Weil du kriegst deine Bitcoins in deinem Litecoin-Channel und kannst das sofort weiter benutzen. Das ist das gleiche, als wenn du jetzt die Bitcoins auf die Adresse bekommst. Jo. Gibt es noch Fals? Ja. Wie funktioniert denn da die Unilfählung? Wenn da jetzt ein Lightning-Channel drin ist, muss das Alice machen, oder ist das einfach so Trial and Error? Also, dass wirklich über mehrere Altcoins rübergeht, das ist noch nicht implementiert. Ist auch vorstellbar, dass sie einfach Bob fragt, bitte kennst du irgendwann in der Richtung Dave eine Bitcoin-Route haben. Er war halt, er muss sich mit seinem Kurs das umrechnen und fragt, die Carol würde es immer jetzt 10 Litecoins für Days annehmen und dafür ihrem halt wieder Routmann-Bitcoin mitschicken. Wie es derzeit implementiert ist, ist, dass jede Node alle Channels aller anderen Nodes kennt. Werden wir später noch mal kurz darauf eingehen. Ist ein bisschen das Qualierungsproblem, aber gibt es auch schon wieder Lösungen, wie man es besser machen kann. Also, was ist jetzt damit mal möglich? Ich kann, ich habe so etwas ähnliches wie Coinbase, dass ich jetzt off-chain Transaktionen machen kann, zu einem sehr billigen Preis. Ich muss aber jetzt nicht auf bestimmten Parteien vertrauen, dass sie auf meine Bitcoins aufpassen, sondern ich habe die Core-Versprechen von Bitcoin noch immer verfügbar. Nämlich, dass die Totalanzahl aller verfügbaren Tokens noch immer auf 21 Millionen limitiert ist. Und ich bin gleich unsensurierbar, wie auf Bitcoin. Sollte Lightning-Netzwerk das Routing nicht hinkommen zwischen zwei Parteien, dann kann ich immer noch eine echte Blockchain-Transaktion machen. Das halten wir nicht auf. Es wird halt teurer. Das ist das Schöne. Wenn die Funding-Transaktion mal gemeint und bestätigt ist, und vorher lassen einmal die Nots eh nicht drüber ruten, da sind wahrscheinlich sechs Bestätigungen oder so, derzeit sind drei für das Mainnet, ist die Bestätigung der Transaktion, die ich dann durchleiten im Netzwerk schicke, sofort. Das haben wir bis jetzt eigentlich keine Coins in der Art und Weise gehabt. Es gibt ein paar Coins, die sich ein freilich zu versprechen. Ja, ich meine wohl, ich sehe so eine Lehre, wenn du jetzt eine Transaktion schickst, wird es schon durchgehen. Aber das wirklich eine zweite Versprechen heißt nicht, da, sobald sie alle, oder sobald sie das R austauscht haben, ist die Transaktion bestätigend. Und ich weiß, sie ist durchgegangen. Es gibt zum Beispiel auch nicht, okay, das haben wir auch vorher erwähnt, man kann, wie gesagt, Sub-Satoshi am 1 übermitteln. Also, Sie haben schon ein bisschen vorausgedacht, es könnte sein, dass kein Mehrwert wird, dann wird es relevant, dass ich auch 0,1 Satoshi vielleicht verschicken kann. Ich kann mehrere sehr kleine Transaktionen in kurzer Zeit abführen. Das heißt, ich kann zum Beispiel Geld irgendwo hinstreamen und gleichzeitig kriege ich irgendwas dafür. Und das suche ich jeweils den Weg über das Lightning-Netzwerk. Ich habe eine sehr niedrige Fee pro Transaktion. Da wird sie auch noch sehr viel tun, wie wirklich die Fee-Findung in dem Netzwerk ist. Also, wie jetzt einen Teil-Node davon entscheidet, wann werde jetzt eine Transaktion rüberrufen und was will ich dafür verlangen. Da wird es viele interessante Algorithmen geben, weil es wird zum Beispiel auch möglich sein, oder es ist sehr hoch wahrscheinlich, dass negative Transaktions-Fee der Fall sein wird. Das heißt, ein Node wird sagen, wenn du mir jetzt auf den Channel 0,1 Bitcoin reinschickst, damit ich auf einen anderen Channel auch wieder 0,1 Bitcoin rausschicken kann, und meine Channels dadurch ausgeglichener sind, zahle ich dir 0,01 Prozent von der Transaktion. Aber das heißt, ich werde am Ende mehr weiterschicken, als ich reingeschickt habe. Weil dann die Node, die ich drübergrößt ist, besser darstellt. Und besser darstellt heißt, es ist immer besser, wenn meine Channels irgendwann in der Mitte sind. Wenn der Channel immer auf Anschlag ist, kann ich nur in eine Richtung schicken. Und das positioniert mich in einer schlechteren Position, als wenn ich die Transaktion jetzt immer mit rüberroute. Und sozusagen, er hat etwas davon und ich habe etwas davon. Das wird dann auch wahrscheinlich eine Menge von Arbitrage-Bots geben, die dann immer im Netzwerk sitzen und immer suchen, ob es irgendwo Routen gibt, wo ich jetzt mir selber Geld schicken kann und am Ende bekomme ich mehr. Und das wird sich halt in Summe so dann einbändeln, dass ich Channels für selber ausgleiche. Also das sind dann quasi so Liquiditätsprovider? Nicht Liquidität, weil die Liquidität muss eigentlich... Damit die nicht nur was braucht. Genau, ja. Bitcoins braucht. Also eher Channel-Ausgleich-Provider sozusagen. Weil die Liquidität muss sich jeder selber mal zur Verfügung stellen, übersetzt was er in dem Channel lockt. Nur ist es halt wichtig, dass der sich in der Mitte befindet. Das ist auch interessant. Im Gegensatz zu Bitcoin ist es nicht auf der Byte-Größe der Transaktion, sondern eher vom Wert jetzt wieder abhängen. Also so wie man es eh über die meisten Transaktionen kommt, und das hohe Transaktionen werden halt neuer sein. Also hohe vom Wert her. Und es wird eher nicht relevant sein, was die wirkliche Byte-Transaktionsgröße ist. Aber es wird, sollte das Netzwerk so gut hinhaben, weit weg von den Transaktionsgegeln sein, was jetzt für Bitcoin oder auf irgendwelche Banktransaktionen der Fall sind. Wie gesagt, in manchen Fällen sogar negativ. Und im Unterschied zum jetzigen Bitcoin ist es auch schön, die Vieh macht man sich zuerst aus mit den ganzen Teilnehmern, über die ich drüber ruten gehe. Dann kann ich entscheiden, ist es mir das wert, dass ich das zahle. Und dann kann ich, wenn ich es durchführe, wird es für Defi durchgeführt oder nicht. Und ich weiß das ankommen. Wenn es im jetzigen Bitcoin-Netzwerk ist, kann ich, okay, muss ich irgendwelche Sicherheitsschätzungsdiagramme anschauen, dann Broadcasting die Transaktion, und dann muss ich mal warten. Dann kann es halt natürlich zehn Minuten warten, und es ist bestätigt. Oder es kann sein, dass ich zehn Tage warten, und es ist nicht bereit bestätigt. Und ich weiß nicht, wo ist es jetzt da sozusagen. Da ist es ein bisschen eindeutiger. Dafür sollte man eine komplizierte Route finden. Wie gesagt. Das Routing ist nicht fully solved in dem Sinn, es ist so, wie die Nodes jetzt operieren, ist solved. Einfach jede Node weiß die komplette Lekticht aller anderen Nodes, und merkt sie in dem Channel, und kann dann lokal für sich routen, und macht dann die Transaktion über die Wege, die es gefunden hat. Ist die Frage, skaliert es? Momentan wird es sicher skalieren, über die nächsten Jahre auch, und bis dahin hat man vielleicht andere Lösungen gefunden. Da gibt es auch schon wieder so ein Beacon-Routing, wo über den letzten Block kann man sie an Tufels soll generieren, wo dann einzelne Beacons im Netzwerk auskontieren, und jeder Teilnehmer kennt nur von den Beacons alle Nodes, auch alle anschließenden Routen, und dann muss man halt so über diese Routen, und ja, aber das ist auch einiges offen, und wie das dann drastmäßig eskaliert. Ist das nicht die Einführung des Wortes mit Gossip-Protokolls dann sozusagen? Wie? Hat das dann quasi die Einführung von Worten und Gossip-Protokolls? Das Gossip-Protokoll ist das, was benutzt wird, dass die Nodes untereinander reden, aber als erste Datei nicht verstanden. Voting? Voting-Protokoll, also dass die Nodes quasi schon von vorne rein wissen, wer dann wie entscheidet, dass das so durchführt wird. Sagt man in deinem Kontext auch nichts, aber kaum durchaus sein. Das Gossip-Protokoll ist eigentlich, was die Nodes untereinander benutzen. Es gibt derzeit drei Implementierungen von Lightning-Nodes, und die Entwickler haben sich einfach zusammengeschlossen und haben halt eine Test-Umgebung gebaut, wo dann alle drei Nodes gegeneinander getestet werden, ob sie wirklich das gleiche sprechen, sozusagen, weil es sehr viele Corner-Cases gibt, wo man aufpassen muss, dass du nicht sie zwar forsch verstehen hast, und das ist sicher sehr kompliziert, aber das funktioniert eigentlich jetzt schon relativ gut, sagen wir mal so. Also, zurück zu, also jeder Node kennt jeden Channel, könnte ein Problem sein mit dem Scaling, aber auf anderer Seite, jeder Channel basiert eigentlich auf einer UTXO, das ist aus der Bitcoin-Welt, ist ein Unspend Transaction-Output, also irgendein Output, den ich noch ausgehen kann, und jede Bitcoin Node muss eigentlich die Tabelle aller UTXOs auch im Speicher halten. Und da, also wenn man sagt, jeder Channel entspricht einer UTXO, also bis jetzt ist es möglich, wenn das nicht möglich ist, dann haben wir sowieso ein Problem auch mit dem Bitcoin, dann braucht man da eine andere Lösung. Wird früher oder später der Fall sein, aber man hat wahrscheinlich dann noch ein bisschen das Spiel genommen. Was eher noch viel, viel kompliziert ist, und was spannend sein wird über die nächsten Monate und Jahre, ist die User Experience. Es ändern sich einige kleine Details gegenüber Bitcoin, bei allen Altpanzos, wo man es dann gewohnt ist, aber die könnten das sehr kompliziert machen. Eine, was weiß ich nicht, in heutiger Zeit ist es schon alles mögliche online, aber es müssen beide Parteien online sein, wenn sie eine Zahl machen. Das heißt, da sehen wir QR-Codes auf einem Gefrierschrank, pick, geht dann nicht mehr. Damit ihr eine Zahl mit dem German-Kinüber austauschen kann, muss der mir eine Zufallszahl generieren, also ein Hashnet-Zufallszahl austauschen, und alle müssen immer aktiv im Geldaustausch beteiligt sein. Kann sein, dass das jetzt in einer Zeit, als online ist, nicht so große Problem ist. Endlich ist es okay. Also ich kann nicht mehr einfach an einem QR-Code, in jemand Klatsch, irgendwas hinzahlen. Indirekt schon, das kann ich so eines anbieten. Es wird dann irgendwelche Prämien-Protokolle geben, wo ich dann über den QR-Code eine Uhren fliege, und dann finde ich das andere Tier, und sie macht mit ihm irgendwas aus, aber er muss trotzdem online sein. Also, es ist nicht mehr so passiv, dass ich einfach jetzt den QR-Code ausdrücke, und wir brauchen ihm nichts mehr können. Aber das ist ja technisch, es ändert uns ja nicht. Es sieht halt nach, ich fotografiere, wir schicken, wir senden, also für die User-Experience wird sich ja nichts ändern, genau genommen. Für die Zukunft jetzt. Das nicht, aber ich muss halt schnell den QR-Code aufbieten, genau. Aber, also auch wenn ich weiß, ich schaue auf meine Wallet, Bitcoin, ist nicht gesagt, dass ich zum Beispiel hier ein Bitcoin schicken kann, weil ich muss irgendeine Route finden, was jetzt ein Bitcoin Richtung dein Node schieben kann. Das heißt, aber es könnte sein, dass ich zum Beispiel hier nur ein Holm-Bitcoin schicken kann, ich könnte aber ein Bitcoin schicken, weil du über andere Routen erreichbar bist. Das heißt, das ist für mich nicht mehr so einfach, oder für mich als User nicht einfach einsehbar, was kann ich jetzt mit meinem Un-Bitcoin machen. Desto mehr das Lightning-Network benutzt wird, desto einfacher wird das, weil desto mehr verschiedene Verbindungen wird es geben und es wird die Wahrscheinlichkeit steigen, dass ich zu jeder Partei einen Channel finden werde, oder halt eine Route über die Channels finden werde. Werden wir später noch mal kurz sehen. Wenn ich keine Route finde, was kann ich tun? Also das ist auch immer, wenn wir experimentieren, dass wir das ausfallen, dass ich einfach nur Route found. Obwohl ich zum Beispiel, wenn ich über einen Debug sehe, es gäbe eine Route, aber was passt jetzt nicht? Ist der Channel zu wenig, kann ich in einen anderen Channel eine Idee reinschauen? Also, dass Donny Waller dann mit dem User richtig kommuniziert, was kann jetzt ein User tun, wenn ich die Zahlungen nicht durchführen kann, wird spannend werden. Und, was Du auch schon angesprochen hast, ich muss mich, wenn ich denn meine Channels aufmache mit irgendwen, muss ich mich entscheiden, mit wem mache ich die Channels auf, über welche maximale Balance Kapazität mache ich den Channel auf. Wie man das abbiegt, mit wem man das macht, wird auch noch spannend werden. Dann wird es immer wieder irgendwelche Fälle geben, dass zum Beispiel irgendwer eine längere Zeit offline ist, und sein Gegenüberpartei dann, also seinem Gegenüber sagt, okay, mit dem vertraue ich jetzt nicht mehr und dann einen Channel zu macht, aber er kann eben nicht betrieben, sondern er macht es zum aktuellen Zeitpunkt zu. Aber er sagt, ich war jetzt offline, komme dann online sieben Channels weg, aber ich habe mir meine viel zahlen müssen. Wieso ist das passiert? Und sind dann nicht die Coins auch irgendwie für eine 100 Transaktion oder so eingefallen? Genau. Also wenn es nicht kooperativ geschlossen wird, dann kommt das eben, wie vorher erwähnt, zu den 100 Blogs, oder wie auch immer. Aber man kann den Channeler kooperativ schließen, das ist natürlich der Fall, was hoffentlich die meisten Fälle zu tun, und dann schickt sich einfach jeder die Bitcoin ins andere Sperrfest. Und wenn das ja ein Netzwerk ist, zu Kettenreaktionen, irgendetwas, wenn irgendwo größere Sachen ausfallen, dann werden wir ja am Haufen zusammen, und alle sagen, okay, jetzt wird es finalisiert, also ein Haufen-Transaktion auf der Blockchain. Und wie viel steigt, das ist durchaus ein Problem. Also das haben ja viele auch schon angekündigt. Also man kann dann, zwar im Moment des Schließens mit seinem Gegenüber jetzt eine neue Fee ausmachen, also die Minervie, wenn man schätzt, da muss man jetzt nicht die Minervie benutzen in der letzten Transition, wo es man sich austauscht hat, sondern dann kann man kooperativ schauen, die Fee ist so hoch, schließen wir unser Channel mit der Minervie. Aber natürlich wird halt Minervie steigen, wenn jetzt auf einmal weltweit alle Channels aus ihnen geschlossen werden. Was hätte man überhaupt für einen Vorteil, einen Channel zu schließen? Weil er zum Beispiel komplett in eine Richtung angeschoben worden ist, also dass mein Balance auf der anderen Seite ist, also ich habe null Balance mehr und ich weiß, dass ich zu dem nichts mehr schicken werde. Nichts mehr. Ja. Oder ich möchte eine größere Total-Kapazität haben, aber wenn das Netzwerk Horvix ausgeglichen ist, es wird eigentlich ein sehr geringer Incentive geben, um einen Channel zu schließen. Es wird eher sein, dass ich einen Channel größer machen möchte. Da gibt es auch schon Ideen, wie man das dann wirklich, die Schließtransaktion eines Channels geht, die Eröffnungs-Transaktion eines neuen Channels. Das heißt, dann kann ich es mit meinem Gegenüber ausmachen, ich habe da eine XUTX hoch, können wir das in den Channel übernehmen? Ich mache eine Transaktion und der Channel ist wieder größer. Und ich habe auch mehr Balance auf meiner Seite. Schön. Ja. Wenn ich jetzt einen Channel aufmache mit einem Bitcoin, dann ist der eigentlich gelockt und ich kann, wenn ich nur einen Bitcoin aus Balance habe, kann ich einen zweiten Channel mit einem Bitcoin aufmachen. Entweder kannst du den zweiten aufmachen oder du kannst mit deinem Gegenüber sagen, bitte nimm den einen Bitcoin jetzt in den Channel mit rein. auch wenn der jetzt schon quasi gelockt ist für den ersten Channel. Ich muss ja einen Channel... Also der, der im Channel, der im ersten Channel gelockt ist, der ist dort drin und gelockt. Dann kannst du dir irgendwann anders ausgehen. Du kannst dann mit deinem Gegenüber sagen, ich möchte dir für den einen Bitcoin 0,1 irgendwo unterschicken, das machst du mit deinem Gegenüber, dann sinkt die Komplett, die Kapazität des Channels auf 0,9 und die gehen dann raus. Aber der ist da gelockt, mit dem kannst du keinen weiteren Channel aufmachen. Dann kann ich einen Channel nur zur Hälften zum Beispiel zumachen. Genau. Komparativ. Also wenn du mit deinem Gegenüber ausmachst, machen wir den Channel zu, da schickst du das hier, da schickst du das hier und du kannst einen auch irgendwo hinschicken und dann macht er das. Ohne dass er weiß, wer jetzt irgendwas gekriegt. Aber genau, der eine Channel zwischen uns zum Beispiel offen bleiben. Genau. Aber wenn jemand jetzt mit dem Handtisch kann er mal dort raus. Und dann ist man die Schließtransaktion, schickt ihn irgendwo hin und macht gleich einen neuen Channel mit dir wieder auf. Okay. Da hinten war da immer eine Hand. Sagen wir mal die Mining Fee beträgt 50 Euro und ich koste 100.000 Transaktionen zu und am Cent. Ja. Wenn ich die jetzt alle betrüge, Was heißt alle betrüge? Also wenn ich immer unkorporativ bin. Ja. Dann ist der eine Fall, entweder ich bin reich, was die anderen nicht sharet, wenn ich am Cent oder ich habe den einen Service aufs ganze Netzfeld. Genau. Da gibt es auch wieder ein Ding. Also die jetzigen Nodes sind so konfiguriert, und das wird auch noch wahrscheinlich sie ein bisschen ändern oder dynamischer werden, dass sie eigentlich, also man macht den, ich will jetzt nicht ganz zurückbleiben, man macht den Channel so auf, dass die ganze Balance auf meiner Seite ist, zum Beispiel die ganze, und ich noch alles rüberschicken kann. Sobald ich aber mal über einen gewissen Punkt kriege, dann kann ich nichts mehr zurückschicken unter 10%. Das heißt, es muss eine gewisse Mindestbalance auf jeder Seite des Channels sein, sodass das Betrügen mir will. aber wie du gesagt hast, wenn ich einen Channel aufmache und nur mal einen Cent rüberschicke und dann irgendwas blöds treibe, dann wird es spannender. Aber es wird sich wahrscheinlich auch so einfinden, dass die Miner-Fee, oder dass der Mindest-Fee, was ich mal in eine Richtung Mindestgeschickt haben muss, im Bereich der Miner-Fee sein werde, dass ich mir selber immer in den Fußschirzen sollte ich solche Sachen machen. Aber was ich zum Beispiel nicht weiß, oder wie das dann auch laufen wird, wenn ich zum Beispiel jetzt in einer Note bin und viele machen mit mir einen Channel auf, aus irgendeinem Grund, weil ich es halt angelockt habe durch Social Engineering, und dann mache ich eine Zeit-Tour zum Beispiel. Also dann müssen alle, die etwas mit mir einen Channel aufgemacht haben, die Miner-Fee sollen, und ich habe zwar nichts davon gehabt, aber ich habe die anderen gelernt. Also es wird sicher einige Attacken geben, wo man das dann aufbiegen muss, wie das funktioniert. Es kann zum Beispiel auch Regeln geben, dass sich zwei Parteien nur einen Channel aufmachen, wenn eine gewisse Bälle schon auf, also dass nicht die ganze Bälle an meiner Seite liegt, sondern auch das untere und andere schon die Bälle in der Mitte liegt, dass beide draufzuhören, wenn der Betrück. Hast du da knapp eine Art Trust-Rating und etwas gekriegt, was sie sich in der Vergangenheit verhalten haben? Ist das angedrückt? Ja, aber wie das Trustless funktioniert, ist dann halt auch wieder die Frage. Es gibt auch schon ein paar Simulationen und Strategien, wie man Channels aufmacht. Das finde ich interessant. Und da hat einer herausgekommen, und es ist halt immer schwierig, wie man so Simulationen vertraut, dass das Stabilste ist, wenn ich Channels zu Leuten aufmache, die soziale, in den Social Contracts, die ich kenne, von den Pastors, die mich nicht betrügen werden, und ein paar zufällige, wo ich einfach irgendwen aus dem Netzwerk rausnehme und mit dem einen Channel aufmache. Das kann man nicht. Also er muss zur Zustimmung dazu, aber er hat keinen Achteil damit. Das heißt, ich habe einmal viele Channels, wo ich über Freunde drüber ruhe, wo ich über Hasse gerne nicht betrübe, und falls die immer offline sind, habe ich immer noch zufällige Verbindungen, die dann verschiedene Inseln im Netzwerk miteinander verbindet. Das ist ja so, dass man über 2, 3, 4 Schritte fast jeden auf der Welt kann. Genau, wenn du sechs Leute kennst, oder du brauchst sechs Hubs, dass du von irgendeiner Person zu irgendeiner Person auf der Welt kommst. Das spült sich auch den Lightning entgegen. Ja? Wobei, wie soll ich das machen, dass ich es mit keinem, freien und bekanntem Channel aufmache, mit einer Wanderer, der random bleibt. Wenn im Endeffekt, wenn ich noch offline gehe, dann muss ich alle Channels wieder close, dann soll ich die ganzen Minor Feeds. Also, es wird Services geben, die für dich das einfach offen halten, aber überwachen. Du musst ja nicht aktiv irgendwas tun, sondern du musst nur überwachen, dass sie nicht betrügen. Es muss ja kaum längere Zeit offen sein. Aber, ja. Wobei, was für Services sind immer so Coinbase-mäßig? Das wären die Wortschdauer-Services, die sich dann darum kümmern. Wenn einer dich betrügen möchte, würde er sofort die Bestrafts-Transaktion rausschicken. Aber du brauchst jetzt keine Anzeige. eine aktive, stehende Datenverbindung die ich immer gesehen habe. Du musst eigentlich nur die, also wenn online sein habe ich eigentlich nur gemeint, du musst eigentlich nur die Prochain überwachen. Okay, was ich denke, dass der Wortschdauer arbeitet. Genau. Ja. Ist das in den Wohnchimpfen jetzt auch schon implementiert? Ist implementiert, ja. Aber es ist statisch. Also, jede Note sagt einfach, wenn du mit rüber rutschst, zahlst du über Millisertasche und dann keine Note. Bei dem Note, was ich benutze, aber es gibt andere Notes, wie gesagt, mit drei Note-Implementierungen und die anderen habe ich auch nicht genau angeschaut. Ich glaube, es gibt welche, aber schon billige Elemente. Also eben Gewichten. Je nachdem, bringt mir die Transaktion was, dann mache ich es dann billiger oder macht mir die noch schlechter, dann zahlst du eher mehr. Also mit vom originalen Transaktions-Amount-Abzug? Genau. Nein, nein. Also, Alice muss mehr drauflegen. Damit man denkt... Ich weiß sie vorhin. Genau, ja. Okay. Wo befinden wir uns jetzt? Lightning ist benutzbar. Man kann zum Beispiel T-Shirts kaufen. Das habe ich vor ein paar Wochen gekauft. Das war in der Shop in USA, mit dem haben wir... Also da habe ich mit irgendeinem Netzwerk einen Lightning-Channel, also für das Produktiv-Tippkeitsystem, einen Channel aufgemacht und dann über mehrere Hops zu dem geroutet und der schickt dann ein T-Shirt zurück. Aber man hat dafür Kommando-Line-Tools gebraucht, man braucht eine Full-Lot, mit der man sich komplett gesynkt hat und es ist halt teilweise sehr nach Wetter, wenn zum Beispiel eine Runde nicht gefunden wird, was du hier und lieber Bombe. Das heißt, sehr grob geschätzt, wir könnten sagen, wir sind 80% fertig mit Lightning, aber wenn solche Entwickler da sind, kennt jeder oder da kennt jeder implizit die Barreto-Roll. Die ersten 80% der Arbeit brauchen sogar 20% des Aufwandes an der Zeit und die letzten 20% 80%. Aber wir brauchen nicht 100%, damit wir es benutzen können. Bitcoin selber ist auch noch immer Beta. Keine Ahnung, wann das fertig wird, aber wir benutzen es auch schon recht viel. Wie gesagt, man kann T-Shirts kaufen, es gibt einen VPN-Anbieter, das war einer von den wirklich Ersten, was Echtprodukte für Echtleute in Bitcoins anboten hat. Und gestern auf Reddit gelesen Laszlo werden kennt, das ist der 10.000-Bitcoin-Bizza-Typ, der die erste echte Bitcoin-Transaktion gegen ein physisches Gut gemacht hat, hat vor zwei Tagen eine Lightning-Transaktion für zwei Bitsen gemacht. Er hat das Lightning-Bitcoin und zwei Bitsen gekauft. Er hat das aber wieder über einen Freund über Lightning gesagt, weil es gibt noch keinen Pizzahändler, wo man mit Lightning was kaufen kann. Aber das Coole ist, er hat das Hash-Time-Lock-Kontrakt mit dem geheimen R über einen Pizzabotten gemacht. Das heißt, er hat dem Pizzabotten das Geheimnis präsentieren müssen, der Pizzabotten hat das Auftrag gehabt, wenn er ihm nicht E2 präsentiert, muss er die Pizza vernichten. Weil dann ist er zusammen der Channel über das physische Grund durchgezogen worden. Aufessen. Aufessen vor allem zum Beispiel. Das ist dann immer belastend, wie man das macht. Aber eben solche Spielereien. Und das ist jetzt zwar komisch, aber eben, also mit dem R, das man präsentieren muss, damit die Zahlung durchführt ist, das ermöglicht wirklich einige coole Spielereien, weil das ist wirklich dann der kryptographische Beweis, dass er eine Zahlung gemacht hat. Den gibt es jetzt in Bitcoin teilweise auch schon, und dann muss er damit neu reinbekommen, was unterschreiben, das ist immer kompliziert. Da präsentiere ich einfach das R, um den Kante Service zu bestätigen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen VPN-Anbieter kriege, den ich mit Lightning zollen kann, kann ich mich mit meinem R einloggen. Er braucht nicht mehr von mir wissen. Er sieht einfach, ich weiß das R, das heißt, er kann seinen Lightning kleinen Knochen, das R hat mir irgendwann mal irgendwas gezahlt, das ist fast noch, und dann kriegt jetzt seine VPN-Service an. Und wir werden hoffentlich, also das kann ich auch nicht vorausschauen, aber es ist anzunehmen, dass es eine schrittweise Adoption des Lightning-Netzwerks gibt. Es wird nicht ein Release-Date geben, weil das sieht man auf der Rede, das heißt, wann ist Lightning fertig, wann kann ich es benutzen. Es wird gleich über Bitcoin, oder noch mehr als der Bitcoin, ist Lightning sehr vom Netzwerkeffekt abhängig, das heißt, es ist am Anfang überhaupt nicht benutzbar, und es wird immer benutzbarer, um mehr Lightning zu können. Die Lightning kann man nicht dazu, wenn es benutzbar ist. Das heißt, das ist ein Ding, was sich langsam selber booten muss. Und in der Anfangsphase, keine Ahnung, ob jetzt Monate oder Jahre dauert, wird es eher so für Tipping-Bots, also für sehr kleine Transaktionen, wo sich halt unter Umständen sehr oft durchführen muss, und also eher für niederwertige Transaktionen, also wo es im Ex-Cent-Bereich, Euro-Bereich oder 10, also wenn man seine Kaffee ist, kann man dann sicher auch wieder mit Lightning kaufen. Das war mal eine sehr grobe Übersicht, mit ein paar technischen Details. Gibt es bis dahin mal irgendwelche Fragen, die ich beantworten kann, und die ich nicht mehr verlieren kann? Okay. Dann ein paar Aussichten, die es geben wird. Atomic Swaps habe ich schon erwähnt. Es wird möglich sein, mittels dem Lightning-Netzwerk Altcoin-Trades zu machen. Ein Countrycoin in Lightcoin umwandeln, oder wie auch immer. Also das, was Shapeshift jetzt anbietet, wird nur komplett dezentralisiert und komplett sicher. Channel Factories. Das ist vor zwei, drei Wochen auf einer Mailing-List gepostet worden. Das ist eine Erweiterung der Spielregeln für Lightning. Das ist ermöglicht, dass sie mehrere Parteien zusammenfinden zu einer Channel Factory. Das ist ähnlich wie ein Channel, nur es sind mehrere Parteien drinnen. Und aus dieser Channel Factory, also das ist dann eine Bitcoin-Transaktion auf der Blockchain, über eine gewisse Kapazität. Und aus dieser Kapazität heraus, kann ich dann Lightning Channels erstellen, ohne dass ihr Bitcoin-Transaktion machen muss. Ist halt dann auch wieder die Frage, wie finden sie die Lightning-Transaktion oder welche Leute sind das damit? Weil die müssen sie dann unter anderem oder nahe immer wissen, dass jetzt die erreichbar bleiben werden. Also sie müssen sie nicht vertrauen. Das kann jetzt nicht irgendwer mit allen uphauen. Also nicht Coinbase-mäßig. Aber damit sie Channels machen können und so, müssen dann halt kooperativ das machen können. Also die müssen sehr gut ausgewählt sein. Weil das ist vorstellbar, dass zum Beispiel viele Exchanges sie Channel-Factories halten werden, wo sie dann schnell mal einen Lightning-Channel untereinander austauschen können. Und über den Channel dann Lightning-Transaktionen nutzen können. Aber das... Ist das eine Hardwork von Bitcoin-Netzwerk? Nein. Hardworks gibt es in dem Sinn nicht, weil es keinen Konsensus im Lightning-Netzwerk gibt. Also ein Lightning-Netzwerk ist eigentlich ein Ding, was über ein Bitcoin-Protokoll lebt und Sicherheitsversprechen von Bitcoin benutzt. Aber selber hat es jetzt nicht irgendwie so einen Konsensus. Also wenn du jetzt eine andere Lightning-Implementierung hast, der nicht kompatibel ist, dann kannst du ja keine Channels bauen. Also es kann sein, dass es irgendwelche unterschiedlichen Lightning-Implementierungen oder vielleicht eine ähnliche Implementierung gibt, die im Unterland nicht kompatibel sind. Dann kannst du halt mit denen nichts austauschen. Aber das ist denen wurscht und das ist dir wurscht. Also sowas wie einen... Die eine Lightning-Implementation, die jetzt alle folgen müssen, gibt es nicht. Also in dem Fall auch keine Hardworks. Das wäre dann, kann man sagen, ein ein bisschen ein Layer drüber oder ein Layer drunter. Irgendwo in dem Bereich. Das ist noch interessanter, habe ich mich aber jetzt noch nicht so genau angeschaut, aber wenn das umgesetzt wird und zumindest gleich gut funktioniert wie Lightning, dann wird Lightning und Ähnliches benutzbarer werden. Nämlich, zu dem Beispiel, was ich vorher gezeigt habe, LS-Pop-Caract-Def, muss jeder Channel auf dem Weg mindestens die Balance und Kapazität haben, damit ich das zahlen und drüber routen kann. Mit Atomic Multipath-Payments wird es dann möglich sein, sollte es irgendeine Route, oder sollte es mehrere partuelle Routen gehen, die in Summe meine Transaktionen routen können, und das wird sehr oft möglich sein. Also es wird vielleicht selten möglich sein, dass ich genau ein Routen finde, was das mindestens braucht, aber dass ich zehn Routen parallel finde, dass ich ein Zehntel meiner Transaktions-Wunsch routen kann, das wird ich sehr oft finden. Also da gibt es schon ein paar sehr grundlegende Dokumentierungen, und wenn das kommt, dann macht das die Benutzbarkeit sehr hoch. Weil dann heißt es auch, wenn ich jetzt sehe, wenn ich die Anbicke in meinem Wallet habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich den Anbicke an jeden Teilnehmer schicken kann. Und sollte das nicht kommen, dann ist es trotzdem noch möglich, dass ich die Zahlung, dass jetzt die Wallet für mich weg abstrahiert, ich kann die Zahlungen runterbrechen in mehrere Teilzahlungen. Dann sieht halt die Wallet, okay, ich will jetzt eine Zahlung machen, dann muss er mit seinem Gegenüber ausmachen, ich möchte es aber bitte in zehn Transaktionen aufgestuckelt haben, und dann schickt die Wallet halt zehn einzelne Transaktionen. Das ist halt ein bisschen interaktiver, ein bisschen langsamer, ein bisschen komplizierter, aber es theoretisch jetzt im leitenden Netzwerk auch schon möglich ist. Und wenn das von mehreren Leuten genutzt wird, dann werden ja auch diese Channels nicht mehr größer werden. Anso mehr, ja. Aber das ist halt wieder so ein Boot-Tracking, also man muss den erst verdauen, damit ich das, weil ich weiß, soll die dann noch nicht kooperieren, kann ich mal zehn paar hundert Blöcke nicht auf meine Bitcoins zugreifen, um jetzt kleiner viel zu zahlen. Ja, aber der, der einen größeren Jamlauf macht, sagt, okay, stopf doch 50 Bitcoins rein, der kann dann sagen, okay, über mich kommst du fast immer drüber, aber meine Fies sind höher. Genau. Aber dann wird es halt eine Nacht auf einem gehen, der sagt, okay, für mich kommst du vielleicht nicht immer drüber, aber dafür sind meine Fies niedriger. Ja, genau. Da hat er links dazu, wenn die Vorstellung... Okay. Ich hätte jetzt eine kleine Live-Nemo vorbereitet, wenn ich dann Lust hätte, irgendwas zu sehen, können wir da was machen. Ich schieb uns hierher. Genau. Jeder macht den Schäden mit mir auf, und ich schieb den Test mit keinem. Ich würde gerne machen. Dann einmal kurz einsetzen. Wir suchen auch immer wieder Leute. Also, falls irgendwer für euch Interesse hat, an einem Unternehmen, das so ein ferner Front-Technologie immer herumexperimentiert und arbeitet, dann kommt es zu uns. Also wir sind in Graz, in der Grießgasse. Zehn. Ich wollte deine Ausdrucke mitnehmen, nicht vor Jump Offers, was wir jetzt offen haben, aber ihr könnt es einfach bei, falls ihr Interesse habt. Ja, wenn Entwickler PRD-Inwickler zu machen. Ich denke nur Fulltime oder auch Freelight-Signs. Was kriegt es. Ja. Also wenn es passt, kann es weniger sein. Da sind dann ein paar Links, falls ich die Präsentation später runterladen will. Das sind die drei Lightning-Nodes, die es gibt. Ich habe bis jetzt TAPE benutzt, weil das die erste Node war, die relativ einfach im Produktivbild kein Netzwerk zu benutzen ist. Die anderen wollen die Entwickler eigentlich explizit nicht, dass sie im PRD-Net benutzen werden, sondern im Nest-Net-Verbiet werden, weil das halt für sie ein Support-Aufhang ist. Wenn jetzt irgendwelche Leute herkommen, die mit sehr hohen Erwartungen da reingehen und hoffen, dass das alles gleich mal funktioniert, und dann haben sie halt lauter Support-Tickets, weil jeder Jammer das nicht gesehen hat. Also alle drei können im Test-Bitcoin-Netzwerk relativ gut benutzen und der ist eben produktiv. Es gibt da sehr interessante Videos. Das erste hat mir sehr viel geholfen für den Vortrag. Das ist zweieinhalb Stunden lang oder so, und dann geht technisch nochmal zehn Stunden tiefer, als das für heute. Das ist auch ein Vortrag von einem Mitentwickler in der VLND, glaube ich, und das muss man sich mit Vorsicht genießen, weil der Red so schnell da hat es mir die Sicherung gehabt. Das können wir uns noch später anschauen. Das gibt es aber wie Block Explorer. Aber, also das habe ich eigentlich gar nicht erwähnt. Ein zum Recurs-Feature von Lightning ist, es ist um einiges mehr privater als Bitcoin. Weil auf der Blockchain und auf der öffentlichen Datenbank sieht man nur die Öffnung eines Channels zwischen zwei Parteien. Was dann über den Channel drüberbrotet wird. Sieht eigentlich nur die zwei Teilnehmer des Channels und sonst niemanden. Das heißt, es gibt Block Explorer, aber die machen nur sehr High-Level-Views und die sagen, es gibt Nodes und die haben Verbindungen. Und man weiß eigentlich nichts, was in den Verbindungen passiert. Sieht man in dieser Transaktion, dass der Channel geöffnet oder geschlossen wurde? Öffnen und schließen, ja. Das ist eine ganz normale Bitcoin-Transaktion. Aber jede... Aber sieht man den Unterschied zwischen einer normalen Transaktion? Man kann schätzen. Also sie schaut anders aus und es ist ein Multi-Sig mit der Port-Zusatz. Es könnte ganz normale Runde-Sig im Jahr sein, was man Quakeschanges machen, aber... Aber das mit dem Zusatzsekret, du hast ja schon vorgesehen... Nein, das Erdurteil, den du dann in der ganzen Channel benutzt. Das ist ein Quakeschaps auf der Blockchain-Kollern. Es ist bloß gar nicht zu 100%, dass es so eine Channel öffnen muss. Nein. Ja? Ja? Ich kann es ja nachher in deinem Fall so anonym machen, dass ich einfach sage, hey, zollt man oder zollt du einen Decker-Kreis, der einen Luchumann-Feed-Count und dann zollt ich dir das. Genau, so ist es ja. Und das klingt eigentlich nur so aus, dass du es dann zollt, aber einfach, ich bin direkt der E-Durteil. Das ist genau das Gleiche. Nur, dass ich ein zusätzcheneres Erdaustausch so, dass ich immer sicher sein kann, dass mich niemand mehr wegbekommt. Sonst könnte es ja sein, ich sage, hey, zollt dann, ich geb die Null-Commands, ich geb die Null-Commands, und der sagt, ja, mach ich, und nehm die Null-Commands und tut dann nichts. Du hast also quasi einen Coin-Mixing studiert, ne? Kann man so sagen. Würde ich jetzt nicht so gern nutzen. Ja. Belastet ist aber zu einem gewissen Grad ja, oder ich weiß unter Umständen nicht, wer mein Hinüber ist. Es geht sein, dass ich mit einer E-Sei entschengelaufen habe und das nicht weiß. Und wenn ich dann über den rüberrunde, dann wissen Sie zumindest von mir. Das ist auch irgendwie... Die könnten ja auch einen Mixer betreiben, also so gesehen. Ja. Also wenn ich jetzt soweit zurückgehen kann, weil das ist auch relativ interessant. Wer hat das mit Gossip gesagt? Also das Gossip-Protokoll ist ähnlich zu DOR aufgebaut, was zwiebelmäßig oder schalenmäßig verschlüsselt wird. Das heißt, wenn Alice eigentlich den Auftrag an Bob schickt, dass er Dave zahlen soll, weiß der eigentlich nur über das Bescheid und über das Bescheid. Er weiß nicht einmal, ob Alice jetzt der Auslöser der Zahlung ist oder ob da hunderte vorher noch waren. Sondern er sieht wirklich nur das, was für ihn nötig ist und einen großen verschlüsselten Plop, was dann nur der Carrel zu einem gewissen Teil lesen kann, und er schickt das weiter und dann kann das Dave wissen. Das heißt, die zwei wissen eigentlich gar nicht, wo sie jetzt drinnen sind, also ob Dave jetzt der Endzielpunkt ist oder ob Alice wieder Ursprung-Ausgang ist. Nur Stadt und Ziedl wissen, dass sie Stadt und Ziedl sind. Oder ja, dazu wissen sie nicht. Genau. Ähnlich wie dort funktioniert. Man müsste über die Größe von den verschiedenen Plop in Wien fragen können, wie weit das ist. Ja. Aber da gibt es ja schon Betting-Algorithmen. Da haben wir bei Dore schon einiges an Erfahrung und das ist bei Gossip schon umgesetzt, dass man ein bisschen ein Betting einfügt, was zu gewissen Größen hin quantisiert. so zu sagen, dass man das nicht wirklich weitmäßig, dass du keine statistischen Analysen machen kannst. Schwieriger zumindest. Du kannst gewisse Aussagen treffen, aber nicht so offensichtlich überwinden können. Also quasi das Aussagen-Protokoll ist ja ganz eigenes, was unter die Leitlinien uns quasi funktionieren. Genau. Wie viele Leitlinien uns gibt es? 1.800 hat gar geschafft. Danke. Im Broadnet oder nicht? Testnet? Nein. Was? Entschuldigung. Ja. Ja. 1.400 oder 1.600 Channels gibt es auf meiner Erkrankung. Okay. Im Testnetz haben wir glaube ich schon über 10.000 Channels. Also es gibt eben die Website, was ich dorscht habe, wenn man die aufmacht, geht die CPU immer schon hoch. Und Assistenz eigentlich für die Leitlinien? Ist das nun mal ein bisschen Spaß? Wie gesagt. In der jetzigen Phase definitiv Spaß. Und jeder, der jetzt ein Broadnet-Leitlin-Node betreibt, muss seine Bitcoins als verloren sehen. Also es ist durchaus möglich. Das haben die Entwickler gesagt. Uns interessiert das jetzt eigentlich überhaupt nicht, dass ihr Broadnet-Nodes betreibt, weil das uns einschränkt. Wenn wir jetzt eine Breaking-Change machen, müssten wir jetzt irgendwie schauen, dass das Donut-Breaking ist. Und wir werden uns, also uns interessiert das nicht. Wir machen jetzt das Ding. Und dann, irgendwann wird es halt ein Punkt gehen, was immer wieder benutzt worden wird. Aber jetzt Lightning-Nodes zu betreiben ist Spielerei und Spaß. Also die Menge an Bitcoins, die da sind? Ja. Also auch das Gesamt-Weltbild, was jetzt jede Note für sich sieht, muss nicht wirklich das Gesamt-Weltbild sein. Es kann durchaus sein, dass es gesplittet ist in mehrere Lightning-Inseln. Aber man kann mal auf alle Gläder schauen, dann kann man auf die Funnel-Transaction schauen und dann kann man abschätzen, wo es das Gesamtvolumen ist. Und das ist derzeit ein verschwunden Glanz, wenn zwei, drei Bitcoins im Broadnet sein. Das letzte Mal mitzuschauen, dann kannst du das zufällig bezahlen? Wenn sie geht, dass es 82 Millionen so groß ist. Ja, wir haben jetzt eine Nummer-Recher. Also wir haben ja 8,3 Bitcoins wahrscheinlich, oder? Ja. Irgendwann in dem Bereich. Ja. Ja. Okay. Wo schaust du noch? Zu dieser Seite? Ich habe eine Frage von 1ml bekommen. Das ist eine grabe Übersicht. Es gibt Ihnen eine andere, aber da geht nicht, das geht am Ende nicht mehr. Also das ist die... Da ist auch die Warnung. Ja, ich weiß, was ich tue auch. Das ist derzeit die High-Label-Übersicht des Broadnet-Typing-Netzwerks, so wie die eine Node, das sieht, der das betreibt. Es könnte sein, dass es doppelt so viele sind, aber halt mehr. Es gibt da, so ein bisschen, wo ich finde die Node wahrscheinlich irgendwo, was halt eine gewisse Menge an Channels mit irgendwelchen anderen Nodes offen hat. Ein paar haben gezielt ausgesucht, weil es halt viele Verbindungen hat, und ein paar haben einfach zufällig den Blätts ausgesucht. Aber, ja. Also da sieht man, die totale Kapazität ist 40.000 Dollar. Also... Ich frage mal, ob die Optik heißt. Oder drei. Drei. Und für das... Fürs Test gibt es einen grafischen aber schöneren Explorer. Da habe ich die geografische Position durch mich auch nie geschätzt. Und da gibt es bis jetzt 2.000. Und da sind wesentlich mehr. Und das macht auch mehr Sinn im Besten, nicht das zu fest. Weil da verliert man kein Gold. Was ich euch jetzt zeigen wollte. Wir haben kurz einmal ein ganzes Wochenendprojekt. Ich glaube, das ist jetzt mal gut. Aber weil es so etwas besser verstehen wollte, wir haben einen ganz strikt zusammengebaut, wo ich einmal im Rechner mehrere Lightning-Nodes starten kann. Die werden durch die Propelster veranschaut. Das Vorteil ist, wenn ich die Qualität alle starte, kann ich in jeden Channel reinschauen. Das kann ich im normalen Lightning-Netzwerk nicht. Aber das heißt, ich kann mir jetzt von jedem Node fragen, wie kennst du dir? Was für eine Rechtssicht hast du? Oder wie ist dein Channel-Balance? Das ist ja möglich, dass ich es halt ein bisschen einfacher debuggen kann, oder verstehen kann. Da kann man dann jetzt zum Beispiel der Node 13 sagen, mache ich dann Node 8, über 50 Millibitcoin, einen Channel auf. Wir haben eine gewisse Manager und das ist dann die Transaktion, was auf der Blockchain gemacht wird. Jetzt habe ich beide Nodes gefragt sozusagen und zeigen wir, dass sie einmal einen Channel haben, der noch nicht bestätigt ist. Deswegen ist er so strichiert. Das ist jetzt immer ein bisschen der Punkt der Präsentation, was nervig ist, weil jetzt müssen wir zehn Minuten warten, bis er bestätigt ist. Dann mache ich ja noch gar schon los auf. Oder ich kann meine Node sagen, dass 20 Blöcke gemeint, das ist eine Wecktestnode, also da kann ich Blöcke on-demand meinen. Das wäre schön, wenn das nicht so hergeht. Und damit alles bestätigt angezeigt. Das heißt, das ist jetzt sozusagen gültiger Channel zwischen 13 und 8. Er ist grafisch so zugeschaltet, dass er die gleiche Form hat wie 13. Ich habe jetzt das wieder super ausgewählt, aber ich weiß nicht. Wenn sich jetzt der 13er dazu entscheidet, dass er einen 8er 20 Millibitkern schickt, kickt die Balance rüber. Sozusagen er hat jetzt nur mehr 30 Millibitkern und der 8er hat 20 Millibitkern. Das ist jetzt das, was wir vorher an der payment Channel erwähnt haben. Das heißt, jetzt kann ich auch eine Millibitkernsation so viel wie ich will machen. Das kostet mir momentan nichts, weil keine Fils konfiguriert sind, sondern lass uns werden verschwinden klein. Und ich kann es natürlich auch wieder in die andere Richtung machen. Das geht jetzt in beide Richtungen. Beide Nodes wissen, kein anderer kann ihn betrügen, also kann ihn irgendwie sich mit dem Ganzen abhauen, es sei denn, der andere versucht ihn zu betrügen. Wenn es beide kooperativ sind, können sie den Channel jetzt schließen und würden eine Transaktion machen, was der Note 13 30 Millibitkern und der Note 8 20 Millibitkern zahlen und der Channel ist geschlossen. Gibt es eine Frage? Der Ochter, ich glaube ich kann die 20 Millibitkerns nicht hernehmen auf ein anderer Channel. Genau. Das ist die Palance, also in dem teilt jetzt auch. Weil er den Channel abhaut, also zum Öffnen eines anderen Channel kann es nicht. Aber sobald ein anderer Channel abhaut, kann er drüberruppen. Und das machen wir jetzt. Also jetzt sagen wir, die Ochter soll mit der 3er nochmal auf 2 Millibitkern. Sehen wir jetzt auch, wie noch unbestätigter. Machen wir auch eine Brücke. Das dauert dann immer die Block-Propagation, bis jeder weiß, was alles da ist. Also jetzt ist es so, der hat jetzt einfach mehr Penance. Er weiß jetzt eigentlich nicht, was jetzt schon das ist. Also er würde es wissen, ob ich die Stelle das nicht nach und das ist natürlich mehr verstanden. Und das ermöglicht ihm, dass er jetzt natürlich von 8 auf 3 oder so ein bisschen schicken kann. Genau. Jetzt gehören halt ein 3er 40 Millibitkern, mit dem 2er 50. Und die haben gehört immer so. Aber jetzt sind die Channels auch in beide Richtungen Spielraum. Ja, weiß ich vielleicht nicht. Jetzt schicken wir da noch zurück. Also die 3er 8, die Stücke 10. Das sind halbwegs fündig. Jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich von der 13er Node auf die 3er Node, also die 2 haben untereinander keine Channels offen. Und jetzt können wir schauen, da habe ich jetzt die Balance 30, 40, 30. Und jetzt sage ich, ich möchte 10 Millibitkern von 13 auf, 5 Millibitkern von 13 auf 3 schicken. Wenn ich das zahle, dann sieht man, die Balance in den jeweiligen Channels hat sich verändert. Die Balance auf Node 8 ist natürlich gleich drin. Aber da sind 5 Millibitkern und da sind 5 Millibitkern. Und das kann ich jetzt sozusagen so oft, ich will das durchführen, und man sieht, also die Form her, die Menge, was auch gehört, ist gleich. Und es kippt von einer Seite auf die andere von Channels. Und die Balance natürlich für die Endteilnehmer ändert sich. Und das tauscht jetzt aus bis zu irgendeinem Punkt, wo 8 3er nicht mehr vertraut, weil er halt jetzt nicht mehr genug im Channel hat, und dann sagt ich, es gibt keine Route mehr. Das Leitendnetzwerk wird dann natürlich interessanter, wenn mehr Verbindungen sind. Da habe ich jetzt einfach mit dem Zufallsgenerator, dass ich Nodes untereinander Verbindungen aufmachen lasse. Es gibt auch, man kann wirklich schön machen, dass ich das selber auseinander teile. Ein Bildschirm schwanger. Genau. Ein Bildschwanger. Kann man unter zwei Nodes zwei Channels aufmachen? Technisch geht es, aber witzigerweise die Note, also die Leitendnote implementieren, und ich glaube bei uns, unterstützt das nicht. Aus irgendeinem Grund. Das habe ich nicht herausgefunden. Da gibt es auch ein Ticket auf, auf GitHub, und früher oder später werden sie es auch machen. Weil das ist dann für diese und dann nicht so abzufragen wichtig. Das habe ich gemeint. Schauen wir mal, was das geht. Und jetzt ist eben der Punkt, es sind viele verbunden, aber die Channels sind meistens auf irgendeiner Seite. Das heißt jetzt, es schaut so aus, es war alles verbunden, aber zum Beispiel, ach, könnte ich es auf fünf schicken wahrscheinlich. Wollte jetzt rüber gehen. Mal schauen wir mal. Okay, der hat sich jetzt eine Route gefunden. Man sieht, das Magentere verschiebt sie. Also über 13, der Route teilt sie rüber. 13, die Balance für 13 bleibt immer gleich, aber sie ändert halt die Seite des Channels. Und die Routing-Logik kommt jetzt wohl, ja? Der hat Note 8. Also Note 8 hat einen Auftrag, kriegst Such Richtung Note 5 eine Route, der Suche findet, unter Umständen mehr oder nicht, weil wir drei gefunden haben. Broadcasts sind über alle drei gleiche in der Zahlung. Wie findest du? Du kennst, du hast ja den Überblick in Wahrheit nicht. Bei deinen Route schon, aber im echten Netz. Über das POSSIB-Netz, also Protokoll tauschen, also wenn sie 8 das erste Mal mit 13 verbindet, sagt 13 übrigens, ich kenn 5 und 5 erkenne 1. Über diese Hubs, also eine Route für die Hubs? Okay. Genau. Also wenn du eine Kommando-Line fährst, dass du der Note 8, der vielleicht hier fährst, Frank hast, wie ist deine Weltsicht, und der fängt da alles aus. Also der war dann... Alles dann quasi wie beim normalen Netzwerk-Antresor oder so vorhin. Genau. Aber wenn du eine Route findest, darfst du im Vorhinein nicht, ob die Bälle dann ausreichen werden, der einzelne Chants, weil die eher privat ist. Du musst einfach mal Zahlung darüber probieren, entweder geht sie durch oder nicht. Aber wenn jetzt, wie gesagt, irgendeinen zufälligen Rauspick, zum Beispiel auf den Answer, will wahrscheinlich nicht hinruppen. Super, jetzt funktioniert es immer. Okay. Jetzt mal umkehrt. Okay. Dann soll ich meinen Channel. Werden sie so ausgeglichen, zufällig gewählt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, desto mehr Verbindungen offen sind, desto wahrscheinlicher wird man eine Route finden. Jetzt haben sie es gesehen. Und was es dann noch sehr wahrscheinlicher machen wird, ist, wenn die Channels alle ausgeglichen sind. Jetzt gebe ich jeder Note an Auftrag, schieb die Hälfte deines Channels an die andere Seite. Das ist jetzt... Im Echtbetrieb kannst du immer die Hälfte deines Channels aufgeben. Die würde ich nix. Aber eben, es wird dann Bots geben, was sie dann halt an Loops finden. Im ganzen System, was sie irgendwie einen Weg finden, dass sie sich selber über das Leitenden Netzwerk Geld schicken, sodass andere Channels ausgeglichen werden und dadurch bezahlt werden. Und sobald er zum Beispiel doch mal erreicht ist, dass jede Note einen annähernd ausgeglichenen Channel hat, kann ich jetzt für jede Note irgendwie, was ich dann finde, kann ich irgendwo hinruppen und es wird ihn haben. bis zu einem gewissen Punkt bis die Channels irgendwo hinkicken. Also jetzt sieht man, dass das alles jetzt durchhandelt, also wenn man nicht zu schnell klickt. Und das ist auch interessant, also man hat es gesehen, wie man jetzt über das Pin-Kit hat drüber gelangen. und der ist dann vollgewartet, und jetzt rutet er hier zum Beispiel mit dem N5 über den Grünen drüber, bis der ausgelastet ist. Und dann kann es sein, dass er entweder keine mehr findet oder sich wieder andere Note sucht, bis es halt alles wieder auf eine Seite gekippt ist. Aber wenn man davon ausgehen kann, dass das alles ähnliche wirtschaftliche Teilnehmer sind, wird es halt eine Seite gehen, wo alles hinüber wird. Auch wenn ich Exchange bin und eine Leitung noch betreiben will, schicken mir Leute Bitcoins, und ich muss aber auch Bitcoins an Leute zurück schicken. Das heißt, es hat sowieso mal die Tendenz, dass es ausgeglichen ist. Und wenn ich dann zusätzlich noch die Arbitrage-Pots habe, wo ich Routen suche, wo ich bezahlt werde, dass ich Geld zurück, also dass ich Geld bekomme, nur dass ich Geld im Preis schicke, dann wird sich das schon halbwegs ausgeglichen halten. Und da war die Frage, kann man das also, was ist mein Incentive, dass ich einen Channel schließe? Wenn man das irgendwie den Punkt erreichen, dass es immer halbwegs ausgeglichen ist, ist der Incentive eigentlich überhaupt nicht gegeben. Das heißt, den Channel relativ lange offen halten. Und die Finance zwischen zwei Knoten und privaten ist, wie sollen dann solche Bots funktionieren? Einfach indem man auf den Typ probiert, oder rautet, das könnte funktionieren? Ja. Was in einem passlichen Gossip-Protokoll das perfekt ist. wie soll ich da absichern, dass ich jetzt nicht einfach blind Nachrichten über das ganze Protokoll schicke, ob die dann irgendwelche IP-Limitierungen oder sonst irgendwas haben, dass ich halt jetzt nicht als andere Partei das ganze Gossip-Protokoll überrasten kann. Dann habe ich mich, wie gesagt, noch nicht eingelesen. Ich hoffe, dass ich immer noch bei so einem Kunden habe. Aber man kann ja durchaus sagen, man kann verlangen, dass einer sinnvolle Nachrichten schicken kann. Damit ich sinnvolle Nachrichten schicken kann, muss ich mal Channels offen haben. Und das kostet mir groß. Also es gibt schon wieder ein bisschen eine natürliche Limitierung, aber wie viel dann auch ausschaut war es jetzt. Ja. Das könnte ich fragen, weil die Konzeption wird über alle Channels, die öffentliche Broadcast hat. Wie passiert das dann, dass wirklich über einen Channels es drüber geht und über die anderen nicht? Indem, dass der Empfänger das R nur mit einer Route dann austauscht. Aber es kann sein, dass der Empfänger fünf Eingelte-Zahlungen gibt und er wird es dann nur über andere Auflösen. Eingesendet dafür, das weiß ich jetzt nicht. Der ist auch Eingelte-Zahlung. Aber ja, der Eingelte-Zahlung auflöst. Es kann sein, dass das ein Schritt früher passiert. Vielleicht wird es ja keine Parallelen gemacht. Wir haben es jetzt nur in einem Video gehört, dass einem die Parallelen das macht. Ich habe gesehen, das sind die ganzen Runden. Aber das müsste man dann noch genauer eigentlich verstehen, dass er dort erbauten. Bilo? Was ist denn für ein Tool? Auf Heimberg, die grafische Sachen? Das ist einfach im Browser, das das geht, das ist D3JS, also das Dokument, ein Dataprüfungsdokument, irgendwas Tool. Das war der erste Mal, dass ich das benutzen, und für die Grafik habe ich da mehr Zeit gebraucht. Also das ist meines Java Scripts. Genau. Aber im Hintergrund sind echte Lightning-Rots. Auf dem Rechner laufen jetzt 15 Lightning-Rots, die mit einem Racktracks und Bitcoin kommunizieren. Das ist auch ein Bitcoin-Rot, den ich Instruktion abgeben kann, das jetzt Bröcke meint, und der hier freie Bitcoin gibt, wenn ich brauche. Und, also das wäre theoretisch, so wie es in, also die Software, was sich simuliert, ist wirklich die echte Software. Also das ist jetzt nicht in draußen simuliert. Ja, wir wollen nichts weiter zu sagen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, bin ich da gerne bereit, wenn wir abwarten und sitzen. Und wenn ich jetzt einen Payment Channel aufkomme, und es gibt dann wieder einen kleinen Fork? Wenn beide Seiten des Payment Channels dann auf den Fork aufspringen, und sie einig sind, dann habe ich auf beiden Seiten einen Payment Channel. Das stimmt, ja. Stimmt. Und dann, also wenn es auf Bitcoin-Ebene eine Fork ergibt, forkt sich auch das Leitende-Netzwerk. Und alle, die mitmachen wollen, haben gleichzeitig in beiden Netzwerken, dann, das ist cool. Weil dann kannst du gleich, wenn du einen Domic Swaps hast, dann kannst du gleich wirklich atomar und trustless eine Preisfindung zwischen den Fork-Coins machen, oder so. Weil du schon ein fertiges Leitende-Netzwerk hast, wenn es gekauft wird. Das heißt, das können Sie dann auch ausweichen, wie den gesamten Betrags, aber sie machen wir automatisch einen entsprechenden Scheiß. Wiederhauen. Für eine erste Instanz ist gleich, wie wenn du Bitcoins hältst, zur Fork dann hast du auf der gleichen Adresse Bitcoins und Bitcoin Cash oder was einfach. Und wenn sie dann bei den Leitenden schließen, dass sie darauf ein Leitenden-Netzwerk fahren wollen, dann haben sie Leitenden-Channels mit der Balance schon vorgebaut. Und können dann, wenn sie eben Atomic Swap untereinander austauschen, das findet sofort eine Preisfindung statt. Da werden Robots dann relativ schnell angrieren wahrscheinlich und... Ja. Schnellere eine Preisfindung machen, als wenn es jetzt auf Krankenwagen ist. Okay. Ja, dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir haben euch ein paar Deteile über das Leitenden-Netzwerk näher angegangen können. Herzlichen Dank, Daniel. Bitte. Gerne. Ich bin auch froh sein, dass wir mit dem Grazern-Experten in dem Bereich ein. Ich habe mich jetzt nochmal zeitlang beschäftigt damit. Es ist definitiv ein interessantes Projekt. Vor allem, es ist mal wieder komplett was Neues. Jeder gefuckte Altcoin hat ein paar Neuigkeiten, aber es ist im Grunde eigentlich das gleiche alte, nochmal aufgewärmt und das ist jetzt wieder etwas sehr interessantes und sehr neue Incentivesfelder mit sich. mit dem Unfall von bei bei mir mit der 視ann mit dem den dem an auch das die die